Heute geht es um Trash-Filme. Heute geht es darum, wie man über Filme redet. Heute geht es darum, wie man Serien produziert oder Fernsehbeiträge produziert. Heute geht es um, wie man über Filme schreibt. Und heute geht es darum, wie man Sendungen macht über Filme. Und heute geht es vor allem um Simon und Thilo Goseohan. Viel Spaß zu oder bei Kino Plus Spezial. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Kino Plus und ich mach's kurz, ich hab's eben schon gesagt. Heute zu Gast, wir freuen uns sehr, Thilo und Simon Goseohan. Ja, hi, grüß euch. Ja, wunderbar. Hat lange gedauert, aber endlich ist es soweit. Und natürlich mit am Start Antje und Etienne, die sich hier am Gespräch beteiligen wollen. Und heute soll es mal wieder, wie so oft gerne bei den Spezialfolgen, einfach eine lockere Laberei werden. Über euch natürlich, über euer Schaffen, aber auch über das, was ihr zu Filmen zu sagen habt und wie es so zu allem gekommen ist, was ihr gemacht habt. Denn da gibt's ein paar Sachen, über die wollen wir auf jeden Fall reden. Also, ich hab jetzt gestern mir noch mal so ein bisschen was durchgeguckt zu euch und wir haben Fragen, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ja, ich muss erst mal anfangen. Also, Simon kennt man natürlich schon als Fernsehgesicht schon ein bisschen besser als Thilo. Ja, natürlich. Ich muss sagen, ich kenn Simon natürlich auch seit seiner Zeit bei Viva, beziehungsweise Viva 2, das war schon gesagt, kurz im Vorgangsspräch, natürlich mit Celluloid, was auf Viva 2 lief und was für mich zumindest als Filmfreak damals so das erste richtig coole Filmmagazin in Deutschland war, wo, ja, was so ein bisschen die nerdigere Variante war zu der offiziellen ... Film war in Deutschland ja immer so dieses Hochgestochene und du hast halt Filmkritiker mit Seidenschal, so hast du es zumindest immer wahrgenommen. Oder du hattest halt so ... So langweilige Trailer-Ansagen, aber so richtig mit Leidenschaft und dann kommt irgendwie ein Ausschnitt aus irgendeinem Actionfilm, wo du sagst, ja, Mann, geil, das ist ja das, was man sehen will. Das war so das erste Mal Celluloid. Insofern supercool, dass jetzt irgendwie dieses Erbe jetzt, dass wir so ein bisschen ... Ich weiß nicht, ob das vermessen ist oder so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwas hiervon gesehen habt oder so, aber ich sag ... Doch, ich hab schon reingeguckt, absolut. Ja, das ist nah dran, ne? Aber bei Celluloid war ich mehr Zaungast. Ich hab zwei-, dreimal einen Dreh gemacht. Oder drei-, viermal einen Dreh. Und den Rest habt ihr zu zweit gemacht. Thorsten Berra und du, ne? Ich hab mir noch nicht genug reingezogen. Aber ihr macht auch so viel Retro-Trailer oder was? Oder ... Ja, eigentlich gar nicht. Also, wenn es sich mal anbietet. Eher so aktuelle Filmstarts und so. Und ab und zu labern wir natürlich auch über alte Filme. Aber ich mein, eher so auch ... Eher so diese Low-Budget-Annäherung an das Format Kino ohne jetzt große Vorgabe. Also, ihr wart nur zu zweit. Ich mein, das wusste ich auch nicht. Ja, genau. Wir waren zu zweit damals. Und gibt immer so, auch mal so gesetzesfreie Räume, ne? Und da entstehen dann so die spannenden Sachen. Und das war so Viva 2. War ja nur ein Jahr. Danach war der Sender platt. Wupp, weg. Und ich bin da so reingerutscht. Die andere Autorin kam nicht. Und da sagte Thorsten hier, du kennst dich doch gut aus mit Filmen. Mach du mal. Und war so okay. Wir waren damals beim Filmfest Lünen. Da hab ich das vertretungsmäßig dann moderiert. Hab direkt Til Schweiger interviewt. Das war aufregend. Und Frank Giering damals noch getroffen. Den hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Aber Thorsten, ein großer, großer Filmkenner, sagte hier, ah, Frank Giering, legendär durch den Michael-Hannecke-Film. Der da heißt, der da heißt, der da heißt. Funny Games. Ja, Funny Games, natürlich, genau. Und auch den interviewt. Und es war so ein bisschen der Vater. Nee, der eine von den beiden. Auch ist nicht mehr unter uns. So vergeht die Zeit. Und ja, und dann irgendwann kamen wir zusammen. Und dann konnten wir natürlich viel abfrühstücken. Also in dieser Viva 2-Indie-Spielebene, wo echt andere Sachen möglich waren. Da lief ja morgens auch Marilyn Manson ganz normal als Rotation. Und, und, ähm, so, ne? Weil das mein ich eben. Viva 2 ist so ein bisschen wie Rocket Beans auch so ein bisschen Anarchie gewesen im Vergleich zu dem eher ... Ja, ich weiß nicht, Viva war ja auch ein junger Sender oder so. Aber ihr wart so ein bisschen ... Special Interest, auf jeden Fall. Special Interest. Und da waren eher ... Ich fand immer so bei Viva 2 waren immer so ein bisschen die ... Ihr wart immer so die revolutionären, die cooleren Typen, die so nicht so ganz geschliffen waren. Da hatten natürlich Nils Ruf noch. Und ich glaub, war nicht Markus Kafka auch am Anfang Viva 2? Ähm ... Charlotte Roach war auf jeden Fall ... Charlotte Roach, Markus Kafka, Two Rock hatten wir. Und, äh, genau daran ist es auch gescheitert. Scheiße. Also nicht an diesen Namen, die ja immer noch toll sind. Aber dass es nicht kommerziell war, oder? Ja, es, ähm, ähm ... Also Fernsehen ist ja ein Massenmedium. Deswegen ist ja das Internet auch so groß geworden, weil's viel spezieller auf die Leute eingehen kann. Und, äh, und Viva 2 war sehr speziell, äh, sehr Indie und wurde ... konnte nicht entsprechend vermarktet werden, ne? Weil es hat nicht die Masse erreicht. Und dann, wenn man die Masse nicht erreicht, muss man, ähm, in der Marketingabteilung sagen, ja, aber unsere Zuschauer, das sind ja ... Die Qualität der Zuschauer, die ist ja höher als bei anderen. Die erreicht man ja nicht so leicht. Das kommt mir sehr. Und das hat, glaub ich, nicht aus ... Nicht gut genug geklappt, ne? Mhm. Und, sag mal, wie habt ihr das durchgekriegt, dass ihr da wirklich minutenlang Filmausschnitte zeigt? Einfach gemacht. Da kam keiner auf euch zu und hat gesagt, ey, Leute, da kam jetzt mal so ein Verleih ... Ach, ich glaub, haben wir denn irgendwas eingeblendet? Doch schon, oder? Doch. Ihr habt den Namen eingeblendet? Ich glaub, Verleih nicht. Ja, auf DVD, so, ne? Wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Und, äh, wenn man überlegt, was 2006 alles über YouTube lief, also alle möglichen Inhalte von, auch von RTL ... MTV hat ja schnell dann da irgendwie den Laden zu, aber was alles über YouTube gestreamt wurde, jahrelang, äh, also ein paar Jahre, ähm ... Ja, eigentlich war Zelluloid ein bisschen wie YouTube, ne? So ein bisschen Laber, ein bisschen eigenes Material oder mal einen Trailer rein. Ihr wart aber, Stichwort YouTube, ihr wart auch ... Hab ich gesehen jetzt auf dem Zugmann-Recherche irgendwie ... Ihr habt, euer Kanal ist irgendwie auch schon zwölf Jahre alt oder 13 Jahre, aber ihr wart wirklich komplett von Anfang an dabei. Ja. Hat trotzdem nur 900 Abos. Ja, das liegt daran, dass der Kanal eigentlich nie so richtig betrieben wurde. Ja. Wir haben da direkt am Anfang so ein paar Sachen hochgestellt und, ja, also wir haben das nie so richtig gemanagt irgendwie. Die ersten Sachen wurden von anderen Leuten hochgestellt und wir haben uns noch drüber gefreut. Ach, hat einer den Trailer von Captain Cosmotic hoch. Das ist ja praktisch, ne? Da muss man das nicht selber machen. Das ist immer noch der mit den meisten Views. Das hat den dann irgendeiner hochgestellt. Freu mich, hätte der das nicht gemacht. Aber ihr habt ... Ich selber. Also, ich bin immer relativ experimentierfreudig, was so neue Techniken angeht. Thilo ist der Filmemacher, der Geschichtenerzähler. Ich mach so viel drumherum auch dann gern. Aber klar, das hat man nicht richtig forciert damals. Weil man, also gerade YouTube zwischen 2006 bis 2009 hätte man, glaub ich, mit relativ, hätte man relativ leicht Abonnenten eingestellt, glaub ich, in dieser Zeit. Da war ich ja voll beim Fernsehen, ne? Lief gut, äh, was soll man dann bei YouTube, ne? Und was soll man dann, exklusive Inhalte für YouTube produzieren, wo man eigentlich das ja fürs Fernsehen macht, was bedeutend größer ist. Dann kann man sagen, okay, danach hatte man den Zug verpasst. Kann man so sagen, man kann auch sagen, man hatte sich halt für das eine Medium entschieden, war so ein bisschen konsequent. Es ist ja schwierig, langfristig so Content, wie wir machen, bei YouTube zu präsentieren, ne? Weil wir so szenisch das gemacht haben und, ähm ... Unsere Filme sind ja so szenisch ... Ist nicht klassischer YouTube-Content auf jeden Fall. Nee, so schnell gemacht ist es dann auch nicht. Naja, anfangs vielleicht schon. Also, die ersten so diese Neverhouse-Filme, die wir da gemacht haben in Gütersloh auf die Schnelle. Manche haben auch gesagt, dass wir YouTube-Filme gemacht haben, bevor es YouTube gab, ne? Bloß, dann gab's halt kein Medium. Du konntest das nur auf VHS-Kassetten spielen und dann verleihen. Kann sein. Relativ schnell beschränkt gewesen, die Verbreitung dadurch. Wir haben Filmabende gemacht in Kinos. Wenn wir so wie in den 90ern, wie wir unsere Filme wie in den 90ern gemacht haben, damit hätten wir vielleicht YouTube bedienen können, einen Film, ein, drei Minuten pro Woche. Oder fünf Minuten, das hätten wir vielleicht bedienen können. Aber da wäre der wahrscheinlich sogar vor eurer Zeit 2006 gewesen, glaube ich. Oder 2007, da war das... Ich weiß, dass 2006, dass ich, oder 2005, 2005 ist YouTube, aber da war es noch ganz klein, ne? Ja. Ich hab für eine Serie für ProSieben Regie gemacht. Das war so eine Fake-Doku mit Polizisten und das hieß alles in Ordnung. Und dann zeigte der Producer mir, guck dir mal die eine Szene an mit der Polizistin, die da ausrastet, ne? Die ist im Internet. Und da hab ich das erste Mal YouTube gesehen. Und dann zeigte der mir, dass Leute da draufgestellt hatten, diese Szene. Und meinte, guck dir mal, wie viele Views das hat. Das gibt's nicht. So viele Leute haben das jetzt gesehen. Und da dachte ich, boah, dann in der schlechten Qualität? Wahnsinn. Hinterher hatte das Ding drei, vier Millionen Views. Aber die rechte Inhaber haben's dann runtergenommen. Aber man konnte eine Zeit lang Polizistin rastet aus eingeben. Und dann kamen drei Seiten bei YouTube nur dieser Clip unter den verschiedensten Namen. Hast du noch mal geguckt, ob's den noch gibt? Ja, den gibt's auf jeden Fall noch. Aber die haben das so gekillt, dass die ganzen reingestellten Dinger mit den richtig vielen Views, die sind halt immer irgendwie weg. Aber das hat trotzdem, das war unverwüstlich. Das steht immer, wenn man das eingibt, kommt das immer noch direkt. Die rennt da nicht gescheiß, da zwei so Typen mit so Schlabberhosen an einer Bushaltestelle zusammen. Zwei Minuten lang. Und die Diskussion war halt, ist das echt, ist das nicht echt, ist das fake? Und wir haben das damals noch einmal gedreht. Ich hab gesagt, Sina, du gibst jetzt alles. Scheiß die Typen zusammen, das kann richtig männerfeindlich in dem Fall. Ich sag, du machst richtig auf Männerlevel richtig runter. Ja, ist gut, alles klar. Bam, dann hat die richtig Gas gegeben und hat gesagt, das ist richtig nicht normal, weil hinterher im Schnitt passiert was und die nehmen dann irgendwie einen schwächeren Take, weil der war nicht zu toppen. Und das hat sich dann hinterher über YouTube dann halt bewiesen auch. Aber zu dem Zeitpunkt warst du schon, sag ich mal, richtig aktiv am Fernsehgeschäft beteiligt? Ja, das war 2006 oder 2005. Wir waren unserer Zeit voraus, wie du es schon angesprochen hattest, zu unserer Zeit, wir haben unsere Filme auf Festivals gezeigt und da gab es einfach nicht YouTube. Als wir so in unserer Schaffensphase waren, so, wir hauen raus, wir hauen raus, das, womit man einen YouTube-Kanal halt bestückt. Wir waren dann schon so in den Berufen, aber das wollte ich nicht. Ja, damit auch die Leute mal einen Eindruck davon gewinnen, was ihr so gemacht habt, bevor wir mal so ins Detail gehen, haben wir eine kleine Matz vorbereitet mit ein bisschen Werk und Schaffen von Thilo und Simon Gose-Johann. Bitteschön. Was so ruhig und friedlich beginnt, endet in einem Grauen, für das die menschliche Sprache keinen Ausdruck kennt. Ich habe noch kurz was zu saufen. Ja, schön. Wie ist das nochmal, woher kommt das, wo du am Rechner sitzt und er sagt, glaube ich, das ist der Regisseur oder so, der hat ja alles gespeichert. Das ist Echtheit nachgestellt. Also ich neige bei technischen Missgeschehnissen, neige ich schon manchmal zum cholerischen Verhalten. Und dieser eine Clip, okay, na gut, da haben wir das einmal aufgegriffen. Das ist keine reale Situation, aber die reale Situation hätte fast ähnlich so aussehen können, weil ich hau danach ja auf die Tasten. Wobei ich Sachen zerstöre, das tue ich eigentlich nicht. In dem Clip ja, aber normalerweise. So weit kommt's nicht. Ich bin nicht aggressiv, ich finde es sehr friedliebend. Aber ich kann echt, wenn Technik nicht funktioniert, wenn ich nicht weiß, auf dem Handy, wie jetzt, was, wo ist jetzt die Straße, die ich suche? Kurze Zündschnur, würde ich sagen. So ist das mit den Künstlern. Viel Licht, viel Schatten. Und ähm ... Ja, ach, da sehen wir's ja auch. Das ist echt, oder was? Nein, nicht, aber es ist ... Wir haben uns auf den Leib geschrieben. Echt nachgestellt. Es ist nahe da dran dann. Wahrscheinlich eine Situation, die schon so passiert ist, oder? Ja, ohne das das furiose, zerstörerische Finale vielleicht. Ja, gut. Können wir das noch ... Das lassen wir jetzt einfach mal laufen, weil ... Ja, man ... Da sieht man im Hintergrund, die drei Bilder, sag ich nur mal so, sind Aushangfotos von Batman hält die Welt in Atem, die eingerahmt sind. Nur zur Info, kleine Nerd-Info. Originale Werbesmaterial. Ja. Ja, da bist du ein riesengroßer Fan von. Ich hab gelesen, das war ein Erweckungserlebnis von dir, Batman hält die Welt in Atem. Auch da Erweckungserlebnisse hat man viele, aber den fand ich auch schon ... Ja, in Wahrheit muss man sagen, dass ich dann, als ich den das erste Mal im Kino gesehen hab, wo ich vielleicht auch eher ein bisschen enttäuscht war, weil diese ganz grandiose Action aus den Comics, die ich mal gelesen hatte, hat sich da ja nicht so wiedergefunden. Ja, und ich durfte nicht mit rein in den Film. Er durfte nicht rein, weil er keine Sex war. Ich war keine Sex. Und Thilo ging in den Film, in Batman hält die Welt in Atem, ich weiß nicht, ob den jeder ... So, und ich hab mir natürlich vorgestellt, dass Thilo in The Dark Knight reingeht. Ja, so. Ich dachte, so ist ein Batman-Film wie The Dark Knight, der dann 30 Jahre später kam. Oder 40, egal. Aber so war's ja nicht, ne? Und wie lange hat das dann gedauert? Und deswegen denk ich mir auch immer bis heute, wenn ich einen Superhelden-Film gucke, Alter, wie geil eigentlich, wenn man jetzt Kind wär und sich ... Ja, ja. So hat man sich das vorgestellt. So hat man sich das vorgestellt. Ja, aber Spider-Man in den 70ern, in der Westernstadt, und das war echt hart dann, wenn der Spider-Man war. Früher waren die Superhelden-Filme immer so hartes Brot, ja. Ja, vor allem jetzt ist es ja so realistisch, dass du deinen eigenen Kindern erklären musst, dass das die nicht gibt. Richtig, genau. Und die sagen dir aber ... Ja, Moment, aber ... Ich seh's ja mit meinen eigenen Augen. Ich seh doch Iron Man in der Rüstung. Ah, echt? Also, und du sagst dir, ja, aber das ist CGI. Und so, what? Richtig. Also, früher hättest du sagen können, ja, du siehst ja die Schnüre, der kann nicht fliegen. Aber es gibt keine Schnüre mehr. Richtig. Das ist einfach ... Ja, hat sich entwickelt, auf jeden Fall. Ich hab ja auch um die Ecke in Hamburg, ähm, im Atlantik damals noch Stan Winston interviewt, zum Thema Animatronics, wo du grade sagst, CGI. Sind das so Worte, die halten die sich lang, oder ist das dann auch wieder weg? Aber ich mach immer noch Animatronics, ne? Vielleicht weiß ich in zehn Jahren keiner mehr, was Animatronics sind. Das ist dann einfach futsch. Das könnt ihr gleich erklären. Wir müssen einmal kurz Werbung machen. Und dann ... Oh, bitte. Und Pipi. Geben wir ins Detail, was das bedeutet. Und Pipi machen wir. Mach mal, musst du? Das ist der Klitschänger. Ja, komm, geh. Alles. Nicht jetzt. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe, Spezialausgabe von Kino Plus. Ein Genre-Gulasch mit den Gose-Johans, würd ich jetzt mal behaupten. Ja, ja, ja. Das klingt schon fast nach einem Film von euch. Ja, Genre-Gulasch, ja. Apropos Film, da können wir doch direkt mal einsteigen. Wie ging das alles bei euch los? Also ich mein, ihr habt jetzt wirklich, ihr habt euch ja einen richtigen Ruf in der ... Wie sagt man dazu? Untergrund-Filmszene Deutschlands? Wenn's die noch so gibt, ne? Ich weiß es selber nicht so, ja. Es gab so eine Splatter-Szene mit Leuten, die ... Andreas Schnars, Andreas Bethmann, Timo Rose, Olaf Ittenbach und so. Und die waren alle ein paar Jahre voraus. Ich weiß noch, da hab ich Splatting Image gelesen. Das war so eine Film-Nerd-Zeitschrift. Ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Ein Mac. Nein, nein, nein. Ich kannte das Gegenstück, die Gori-News. Die Gori-News, genau, auch. Und da sah man ja dann immer, dass Filme besprochen wurden, die unter dem Radar liefen von so Fleischermeistern. Und da dachte ich immer so, boah, die drehen schon richtig Filme und die verkaufen die. Und meine Filme sind viel zu schlecht. Und waren sie auch und sind sie auch im aktuellen Vergleich noch. Ich glaub so Craven, das war dann auch so was, wie die gemacht haben. Nur noch, also noch, hab ich noch gesagt? Auch schlecht. Und irgendwann haben wir dann aber weitergemacht und weitergemacht. Und sind von diesem reinen Gorsblät da schnell weggekommen zum Klamauk hin. Der Einfluss durch viele Filme, die wir natürlich gesehen haben in der Kindheit. Und so gerieten wir auch Mitte der 90er in Berührung mit so der, der, ja, wie sagt man, Jugendfilm-Szene, die so ein bisschen experimenteller war. Ja, Festivals. Also die junge Menschen, die sich so mit dem Medium ausprobiert haben, was damals nicht breit war, weil man konnte sich 90 Prozent der Filme nicht angucken. Die waren so sehr arty und nervig. Entweder Arthouse oder Gore. Dazwischen gab's eigentlich nichts, ne? Ja. Und wir kamen dann so ein bisschen so mit unserem Quatsch. Und das hat dann auch, hat auch für Irritationen gesorgt. Aber da kam's schon so zum Austausch. Und das war auch ganz fruchtbar. So, manche Leute trifft man heute auch noch mal wieder. Also, wenn ich sage, 90 Prozent war nix, das war jetzt auch verkehrt. Wann fing das denn an bei euch? Ihr habt doch das schon in eurer Jugend quasi angefangen, irgendwie die ersten Produktionen zu machen. Der ersten ... Ich hab mal einmal als Darsteller in einem Film mitgespielt. Das war 1987. Und da dachte ich schon, boah, das ist irgendwie geil. Auf Film aber nicht. Das war Film 16mm, so ein 16mm-Film, der eine Stunde ging. Aber da hab ich nur mitgespielt. Ein Freund von mir war Regisseur. Und dann hattest du dir die Kamera? Das war noch nicht mein Freund. Ich wurde gefragt, ob ich da mitspiele. Und ich so, Wahnsinn. Kann in einem Film mitspielen? Das ist unglaublich in Gütersloh. Aber in dem Moment, wo ihr euch entschieden habt, so Quatsch zu machen, habt ihr ja gerade selber gesagt, war euch da nicht bewusst, okay, es könnte auch sein, dass ihr ab dem Moment nicht mehr für andere Bereiche im Filmbusiness so richtig ernst genommen werdet. Oder so, so nach dem Motto, wir müssen uns entscheiden, machen wir Quatsch oder machen wir ernst? Nee, das war nicht so. Das Filmbusiness war früher so weit weg wie der Mond. Oder noch viel weiter. Das Filmbusiness war auf dem Mars. Und wir waren bei uns so in Gütersloh. Und Thilo hatte die Kamera von unserem Onkel geliehen. Unser Onkel hatte eine Kamera. So fing es an. Und dann ging es auch los, dass bei mir in der Clique hatte einer eine High 8. Und dann so Skateboard-Bmix-Videos. Und irgendwann hat Vater dann gesagt, so, und hier ist der Camcorder zu Weihnachten. Und ja, so kann man sagen. Ab 1990 haben wir eigentlich angefangen. Ich erst und Simon dann ganz schnell dabei. Alle Leute, die man so auftreiben konnte. Vorteil ist, in Gütersloh war damals jetzt nicht so eine große Club- und Partykultur, ja. Das ist ein bisschen provinziell. Da ist ein bisschen weniger los. Das macht heute alles anders sein. Ich weiß es nicht. Aber damals gab es nur die alte Weberei. Und da hatte man dann einfach so an den Wochenenden viel Zeit tagsüber. Und dann kamen die Freunde. Eigentlich war es so ein bisschen abhängen und chillen. Und dann halt auch noch einen Film drehen. Und dann gab es so Sachen wie ... So ein bisschen auch wie eine Band. Wie eine Band, eigentlich wie eine Band. Die waren auch alle in einer Band. Genau, eigentlich schon. Und es war dann so ein Ensemble. Und dann kamen so günstige Zufälle dazu, wie zum Beispiel das von einem ... Ich glaub, Jan Hendrik. Oder wer war das? Nee, von Sebastian Körkemeier, der heute Black Metal macht. Black Metal. So ist es. Der Schlagzeuger von Hellrunner. Hauptberuflich. Hauptberuflich macht der Black Metal. Also das muss man erst mal schaffen. Jedenfalls Sebastian Körkemeier. Gibt ja eine, die es nicht überlebt haben, ne? Ja. Ja, ja, eben. Aber Sebastian Körkemeier ist einer, der immer überlebt hat. Nee, die Mutter war in der Schule und die hat gesagt, ey, wir rangieren hier so eine blaue Matte aus. Nee, er war Zivi. Er war Zivi. Aber er ist ja auch ... Ach, er war Zivi. Das war nicht ... Nee, dann erzähl du das. Es geht mir ja nur um die Matte. Er war Zivi für ein behindertes Kind. Ah. Zu Hause für mehrere Übungen. So eine Riesensportmatte, wie sie eigentlich nur in der Tourenhalle lag. Ah, okay. Die Dicken? Ja, genau. Also so dick wirklich. Die Dicken-Dinger. Die musste ausrangiert werden. Da hatte er uns gedacht. Und schwuppdiwupp hatten wir diese Riesenmatte und die Familie mit dem Kind hatte eine neue ... So, und dann hatten wir eine Riesenmatte. Was macht man dann? Ja, da springt man dann drauf. Mit der Matte. Da versucht man natürlich ... Die Matte ist genau der Schlüssel dazu, dass du Action machen kannst. Weil wenn du diese Matte ... Wenn das die Matte ist, und ich filme halt in diesem Winkel und hab diese Matte nicht drin ... Ja. ... und spring trotzdem über ein Trampolin von ganz hoch rein und filme das in einem Weitwinkel, dann sieht das extrem aus. Und das sind bis heute noch ein paar extreme Einstellungen, die da entstanden sind. Also ... Die du dann auch wieder später in deiner, sag ich mal, richtig professionellen Karriere benutzt hast? Also beim Fernsehen zum Beispiel? Die Einstellungen selber nicht, aber die ... Aber die Matte ... Doch, aber so kriegt man schon schnell gemacht. Ach, dynamische Abläufe hin. Heutzutage sieht man Sex-Avengers profilig durch den Wald irgendwo in Kroatien, die sich drehen und die Kamera dreht sich und so. Und seinerzeit war schon irgendwie Sprung-Action-Schnitt, er rollt sich ab. Also das war ... Und wenn man gut gesprungen ist, war das schon auch ein bisschen ... Ja, du hast einfach auch so ... Pumpgun schießt, Person steht auf dem Trampolin, springt rückwärts. Dann hast du erst mal so einen Ansatz von so einem Sprung. Und dann machst du eine weitere Totale, wo diese Person noch mal mit Anlauf auf das Trampolin und sich dann rückwärts im großen Bogen in diese Matte knallen lässt. Dann hast du halt im Endeffekt ... Pumpgun und Person fliegt richtig weit. Und dasselbe auch mit Kinnhaken. Aber fliegt richtig weit. Habt ihr das ... Brennpunkt Neverhorst heißt der Film. Brennpunkt Neverhorst 1 und 2, da sind, glaub ich, so die extremsten Sprünge drin. Bei 3 gibt's auch eine Massenschlägerei. Da ist die Matte ... Selbst bei 3 ist die Matte noch im ... Aber hast du das gelernt, oder war das einfach Learning by Doing? Das war eigentlich Learning by Doing, ja. Nerding. 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 Nerding by Doing, ja. Wir haben geguckt, Jean-Paul Belmondo, Louis de Furnesse, Charles Bronson. Ja, John Woo war zu der Zeit ganz aktuell ... Ja, das war schon später. Das war schon später. Ja, Anfang der 90er war schon John Woo. So in den 80ern, man ist ja aufgewachsen mit so ... Action, die halt im Fernsehen lief, ne? Paul Severs, Beverly Hills Cop und solche Geschichten. A-Team dann auch, genau. Da gab's ja auch immer diesen Shot, ich glaub, das war so ein Signature-Shot in jeder Folge. A-Team, wenn BA jemanden geworfen hat, die Kamera dann von unten zeigt, wie er so fliegt. Das ist da ganz nah dran, im Prinzip. So, dass man das von unten dreht und fliegt, fliegt aus dem Bild. Klar, so Eastern. Ja, wir haben eigentlich alles mit uns reingepfiffen, was es dann so in der Videothek gab und in den 70ern selber, wo mehr Kinder natürlich waren. Natürlich auch alles, was man kriegen konnte. Und wenn man mal Spätfernsehen gucken durfte ... Da hat mir einfach mehr Spaß so an diesem Hollywood-Action-Genre oder Horror oder so mehr als irgendwie so ... Auf diesen Filmgeschichten, von denen ich eben erzählte, da war viel dann auch ... Meinetwegen, dann wurde Kant zitiert und da ist einer durch Schwarz-Weiß durch irgendwelche Häuser gelaufen. Auf den Festivals. Auf den Festivals. Sehr experimentell, kopflastig, kann man jetzt auch sagen. Nie so richtig on point. Und wir hatten halt dann schon mehr Bock so auf Action, auf, ja, Genre-Unterhaltung. Aber das meine ich auch vorhin mit Celluloid, da hat man halt diesen Einfluss gemerkt. Also, dass das halt einfach auch mal Conan der Barbar gezeigt wird. Ja, genau. Was du halt normalerweise in keinem Film ... Wenn's überhaupt mal irgendwas gab, wo Film besprochen wurde im Fernsehen, da wurde über sowas ja kaum gesprochen. Och, Sabine Sauer hatte Rambo. Sabine Sauer hat's aber immer verurteilt. Ich weiß auch, dass Sabine Sauer dann ... Da lief Dirty Harry, äh, Dirty Harry kehrt zurück, Dirty Harry 4. Und da hat sie dann ... Da musste sie immer so ein Seitennieb mitnehmen. Ja, es war auch immer so von oben herab. Genau, ja, ja. Also fürchterlich, die Menschen, die da erschossen werden. Dann Rambo 2. Wir konnten kaum einen Ausschnitt finden, wo nicht direkt Leute massakriert wurden. Das kriegst du dann immer so Ausschnitt. Und zeigen aber dann die Szene auf dem Boot, wo er noch richtig gewürgt wird. Und ihm kürt das Messer unten rein. So, ja, geil. Meine Mutter hat gemeint, den guckst du nicht. Naja, ich hatte auch das Problem. Dann irgendwie, ja, heute bei uns in der Sendung Terminator. Und da sag ich zu meiner Mutter, ja, hier, Terminator, geh ich ja übrigens rein. Weil ich dachte, das ist ein Science-Fiction-Film. Und dann kommen Ausschnitt aus Terminator. Und dann steht da unten eingeblendet frei, ab 18 Jahren. Und ich so, ach, ihr ... Nein! Und meine Mutter direkt so, ja, ihr habt's ja gesehen, ab 18. Und er ist natürlich gestorben. Oh, bitte! Das ist doch Science-Fiction. Doch, warum ist der denn ab 18? Das war natürlich ein Drama. Aber die, so die Liebe zu den Genres, die war schon in den Medien in den 90ern sehr unterrepräsentiert. Es waren gewalttätige, primitive B-Movies, so. Obwohl Terminator 1 ist ja, oder auch der zweite, James Cameron und so, ist einfach auch ein Klassiker. Und hat eine enorme Wucht, ne? Aber da war's so ein bisschen verpönt. Die Filme wurden auch zum Teil geschnitten. Und verboten wurden ja auch ein paar schmutzige Filme oder wie auch immer und indiziert. Ja, und dann, ähm ... Ja, und natürlich auch durch die so, durch die öffentlich-rechtlichen Medien. Das war ja so, heutzutage ist das ja auch wieder ... Sind die ja auch entspannter. Ähm, aber damals waren die da irgendwie nicht so wirklich tolerant. Und da konnten wir mit Viva 2 natürlich trumpfen und sagen, ey, wir feiern das irgendwie. Wir feiern Film, wir haben Spaß dran. Und ja, genau. Und ohne diesen moralischen Zeigefinger. Ohne den Moral, ja. Und dann lässt man einfach Conan der Barbar noch mal aufleben, weil den Film ja eh, der hat ja durch die Generation von damals so eine harte Fanbase. So, und so sind wir irgendwie offene Türen eingetreten. Schon damals die zeitgenössischen Kritiken zu Sachen, die ja heute alle Klassiker sind, das waren immer Verrisse bei uns in der Neuen Westfälischen. Ich habe damals gelesen, die Kritik zu Rücker der Jedi-Ritter und das, äh, in neuem Kino. Ja, nur Gemetzel im Weltallstand da, ja. So, äh, dem George Lucas fällt gar nichts mehr ein. Es ist nur noch Geballer und Gewimse und es werden nur noch, äh, irgendwelche Monster massakriert und es geht nur um Mord und Totschlag. Da dachtest du so, hauua. Nicht? Und dasselbe Aliens die Rückkehr. Och, was das ist, der militaristischer Scheiß. Und immer nur, Highlander, alles wurde da durch die Bank weggehauen, ne? Wo man heute denkt, das sind Klassiker. Und die zeitgenössische Kritik, also ich glaube, das hat sich ja geändert durch die Blockkultur und so, ja. Wo man da anders rangeht. Aber damals, wo das Zeitungskritiker machten, die sind da wirklich immer. Also ich glaube, bei den Zeitungskritikern hat sich das bis heute aber nicht geändert. Ja, ja. Also wenn man sich so Spiegel-Online-Sachen und so durchliest, hat man auch das Gefühl, da sitzen keine Leute hinter, die gerne Filme gucken. Und ich finde, das ist wichtig, wenn man mit Filmen zu tun hat, auch journalistisch und so weiter, dass man einfach gerne Filme gucken sollte, um einfach so die Begeisterungsfähigkeit für das Medium auch zu übertragen in die Texte, die man dann schreibt. Und das fehlt mir sehr oft. Also gerade, was ihr gerade gesagt habt, so im Zeitungswesen. Da haben sich dann ja gerade so diese Genre-Magazine, wir haben eben kurz in der Pause über die Deadline zum Beispiel gesprochen, über die, für die du schreibst und für die ich auch schreibe teilweise. Die haben sich dann ja so ein bisschen da so das Genre rausgenommen und sich dann spezialisiert. Dann auf eine andere Weise eher so abgenerdet, sag ich mal. Aber da hat man dann gemerkt, okay, die lieben wenigstens das, was sie tun. Genau. Mag sein, aber gibt dann auch wieder Ausnahmen. Also ich weiß nicht, ich hab da mal in Paris so ein paar Filme geguckt für Film ab und da war ein anderer Zeitungskritiker vom Spiegel, Lars Olaf Beyer. Wer kennt ihn nicht? Und da hab ich so auch gedacht, ich hatte so ein paar, zwei, drei Filme von Wes Craven geguckt und dachte so, ja, jetzt hier mal so ein bisschen mit Genre auftrumpfen. So, ja, ich guck gerade irgendwie Wes Craven, na, das interessiert mich gerade so. Da meinte Lars Olaf Beyer, ah, Wes Craven, über den hab ich ein Buch geschrieben. Und seitdem war ich dann auch still bei den etablierten Zeitungskritikern. Und, äh, aber das mag oft, 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 ja, kann, äh, will dir da auch nicht widersprechen, dass, äh, hier und da. Ja, aber so das Genre, das Genre-Wissen, finde ich, hat gerade schon in den 90ern und so gab's, klar, in so Genre-Zeitschriften, die so spezifisch waren schon, aber so im Mainstream wussten die Leute überhaupt nicht, was ein Splatter-Film ist oder so. Genau. Also, dass das ein Genre überhaupt ist und was das, was das darstellen soll oder so. Ja. Das geht, also, bis heute noch, ich weiß noch, wann war das, Crouching Tiger, Hidden Dragon in die Kinos kam und die Leute dann gesagt haben, ja, das ist ja albern, wie die da auf den Tannen laufen. Ja, ja. Ja, wo ich gesagt hab, okay, Alter, du hast halt einfach null Plan von dem Genre und, 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 was das, darum geht's überhaupt nicht, so, ja. Die Chinese Ghost Story war schon zwölf Jahre vorher da. Ja, ja, das sowieso, aber deshalb mein ich ja, also, das ist ja nicht mal was Neues gewesen, sondern es zeugt einfach nur von einer gewissen Unkenntnis über ein ganzes Genre. Und wenn das die Kritik an dem Film ist, dass es unrealistisch ist, dass ein Mann auf einem Baum steht oder auf einem Blatt steht oder auf einem Ast oder was auch immer, dann... Ja, das ist ja mal bei Star Wars, die Geräusche, im Weltall gibt's gar keine Geräusche, ne, da könnte man gar nichts hören normalerweise. Ja, dann mach doch den Turm weg, ne, wenn es da rausgeht, ne. Ja, kannst du ja machen, dann ist halt realistisch. Ja. An was war ich aber, jetzt nochmal kurz zurückzukommen, so auf diese Filmanfänge, weil ihr gesagt habt, Genre und so weiter, was war euch denn dann lieber bei so... Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Filme von Herrn Bethmann oder von Herrn Schnaas und so weiter, dass die halt auf den gleichen Festivals liefen, wie auf denen ihr eure Filme vorgestellt habt. Nee, diese Gore-Leute, die haben sich relativ kommerziell ausgerichtet da immer, ne. Die haben Kassetten dann, die haben die Filme gedreht und die haben die Kassetten hergestellt und die dann auch direkt verkauft. Und das lief ja wohl auch gut. Ich bin da jetzt nicht so im Thema, ne. Also es war tatsächlich irgendwo eine kommerzielle Geschichte. Es war ja alles verboten noch zu dem Zeitpunkt. Also Anfang der 80er ging ja diese Hysterie los, dass Tanz der Teufel ist der bekannteste Fall oder Chainsaw Massacre, ne. Dann wurde das alles verboten. Und ein paar hatten es noch und dann war jeder Tropfen Blut natürlich irgendwie so, wow, der Film ist härter, der Film ist noch härter, der ist geschnitten, der ist nicht geschnitten. Nach Holland gefahren, in die Videotheken, sich die Sachen kopiert, diese ganze Szene, ne. Und das haben eigentlich diese Amateurfilmer dann bedient, ne. Die haben dann halt Filme gedreht, Zombie 90 und so weiter, die einfach noch viel, viel härter waren. Und ja, ich weiß nicht, was die damals verdient haben oder wie viele Kassetten die wirklich verkauft haben, aber ich hörte eben, das war dann irgendwie das, was so gedealt wurde. Da war ich aber nicht so drin. Ich hab das immer gelesen und bei uns in Bielefeld-Gütersloh, es gab ja noch kein Internet, war jetzt irgendwie nicht so die Möglichkeit, da ranzukommen. Man hätte das dann per Post bestellen müssen, dafür war es mir dann aber zu teuer und dafür war mein Interesse auch zu gering. Und es war natürlich dadurch, dass es verboten war oder irgendwie grenzwertig irre subversiv. Und so ist man aufgefallen und war nicht gleichgültig, ne. Und insofern, das hat immer so ein Für und Wider, damals kannten die Leute nicht das Blätter-Genre, wir konnten uns ja auch so ein Stück weit daran bedienen und hatten dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit, ne. Weil man irgendwie als einer der wenigen in diesem Genre repräsentiert war, konnte man auch darüber irgendwie punkten. Und wir haben da aber so eine eigene Humorfarbe gehabt und das jetzt nicht so auf, das ist ja auch immer, die Motivation zur Gewalt ist ja auch irgendwie so ein, war uns irgendwie auch wichtig, dass die stimmig ist und nicht zu sehr auf, ich sag mal, Gewaltporno oder so in die Richtung geht. Aber man konnte damit auffallen. So, und 2019, volle Toleranz auf allen Ebenen, zu allen Genres. Der letzte hier, Wolverine, der war ja so unfassbar brutal. Logan. Logan. Ja. Und da, ich fall, also, also, jetzt kann man eigentlich durch so eine, durch, durch dieses Splatter-Ding nicht mehr so richtig punkten. Ich wüsste gar nicht, wie man jetzt auffallen würde. Oder ich wüsste auch nicht, so Genre-mäßig so, wo, wo fängt man denn an, dass man mal irgendwie was, was abliefert, wo die Leute sagen, ach, guck mal, das ist ja irgendwie mal was Neues. Also, ich würde sagen, es geht vor, also, ich meine, wir haben jetzt, wir haben vorletzte Woche über Hellboy 2 geredet, der ja einen Blockbuster, einen Mainstream-Blockbuster, ich weiß nicht, ob der wahrscheinlich, meinst du jetzt mit der Golden Army? Den neuen, nicht Blatt, sorry, den neuen Hellboy. Wie heißt der eigentlich? Call of Darkness. Call of Darkness. Super scheiße. Muss man nicht sehen, aber sehr brutal, also, schon wirklich Splatter-lastig. Boah, langweilig mittlerweile. Ja, aber das Ding ist halt auch so CGI-mäßig und so. Ich glaube, wenn du heutzutage noch irgendwie, irgendwie was, das muss dann auch schon, also, praktische Effekte könnten nochmal so was rausholen aus dem Splatter-Genre. Sagen wir, ne? Aber was sagen die jungen Leute? Wollen die praktische Effekte sehen oder sind die mit diesem CGI so aufgewachsen, dass das, das ist ja diese, diese, diese leidige, da hatte ich auch schon oft Gespräche zu, diese leidige Diskussion, was ist Trash, was ist nicht Trash? Sodass praktisch da sich die Grenze mittlerweile manifestiert, dass alles, was nicht CGI, also perfekt ist vom Effekt, mit praktischen Effekten gemacht wurde, dass das jetzt Trash ist. Star Wars ist Trash. Ne. Also, ich glaube, ich glaube... Diese Strömung gibt's im Netz, das liest man dann. Star Wars ist plötzlich Trash. Ja. Aber wegen... Der Alte. Der Alte. Achso. Ja, 77. Ja. Also, was natürlich Quatsch ist, das ist natürlich nicht meine Meinung, ich reg mich da drüber auf. Das ist halt die Frage, ob Low Budget und Trash das Gleiche ist so, das ist ja schon irgendwo auch noch mal... Im Kino vom Ursprung her schon. Ne, die B-Movies damals, die unfreiwillige Komiker haben, die sind dann im Medium Film eigentlich das Trash-Ding, ne? Bei Musik ist wieder was anderes, ist Trash wieder was anderes, im Fernsehen ist Trash wieder was anderes, aber bei Film kommt's da ja her, ne? Was wär denn für euch? Aber was ist auf dem Vordergrund, ist halt interessant, ob so Praktical Effect, Praktical Effect, Praktische Effekte. Ja. Handgemachte Effekte. Genau, grundsätzlich noch, also gibt's tatsächlich ja noch in allen Filmen irgendwo, dass du vor Grün drehst, aber dann ist die Gorilla-Hand dann doch noch echt oder was weiß ich was. Ob die wirklich eine Renaissance erleben werden oder ob das wirklich jetzt sich so doch mal investiert. Aber jetzt mal die Frage, was ist denn für euch einer der geilsten Actionfilme, der letzten fünf Jahre? Ja, das ist für mich ganz klar. Eine rhetorische Frage, du weißt genau, was jetzt da ist. Ja, das stimmt. Und der Film ist für mich auch der beste Film des Jahrhunderts, bis er dieses Jahrhunderts. Da sind wir uns alle einig, das ist Mad Max. So. Ja, aber? Ist ja klar. Es kann keine andere Antwort geben. Also klar, da kam Colorgrading zum Einsatz, da wurden irgendwelche Drähte vielleicht auch wegruduschiert oder Farben nachgezogen und so weiter, aber nichtsdestotrotz sind die da an diesen Stangen über die Autos drüber und haben sich in die Luft gejagt die weit ist. Die haben ein bisschen viel so erzählt, so das ist alles echt und natürlich war auch nicht alles echt, aber sie haben natürlich da in der Wüste gedreht. Und jetzt dieses Geunke, ja, aber guck mal da das Making-of, da haben die ja was weggemacht. Ja, ich meine, bei Indiana Jones war die Fahrt durch diesen Tunnel im Tempel des Todes mit dieser Achterbahn war auch nicht echt, das waren auch Miniaturen. Und bei Willow gab's auch, es war noch nie alles echt. Willow. Es war bei Bond nicht echt, es war noch nie ein Actionfilm komplett, immer alles echt. Es gab einzelne so Settings, die Sensationen waren, aber es war nie echt und deswegen ist Mad Max Furio natürlich absolut in dieser Tradition von allen möglichen klassischen Actionfilmen, weil er eben das meiste wirklich da in der Wüste gemacht hat. Und ob er da ein paar Drähte wegretuschiert oder mal gegen den Himmel filmt und das Auto steht, also das sind die ältesten Tricks der Welt. Aber das Ding ist, ich bin doch nicht mal irgendwie so ein Purist, der sagt, es darf nicht CGI haben oder so, aber man merkt es halt einfach. Du merkst bei Mad Max, dadurch, dass es eben, was weiß ich, lass es 70, 80 Prozent praktische Effekte sein, du merkst einfach, dass das auch anders wirkt. Es sieht anders aus, es ist anders gefilmt, es ist einfach das Gesamtding. Es fühlt sich greifbar. Ja, es wirkt einfach anders auf dich und das macht's dann eben auch wieder geiler als dreckig. Und das ist zum Beispiel, weil wir über John Wick kurz geredet haben vor der Sendung, bei John Wick, mit dem CGI-Blut, ich weiß nicht, ob es im zweiten noch so war, aber im ersten war alles voll mit CGI-Blut und ich fand das, verglichen mit so einem John-Woo-Film, ja, wo das Blut halt so richtig da rausspratzt, das find ich halt, es tut mir leid, ich finde, das wirkt anders und es wirkt 10.000 Mal geiler. Jede Action-Szene eines John-Woo-Films ist geiler als bei John Wick, weil es ist, es ist halt einfach irgendwie, weiß ich nicht. Und die Motivation zur Gewalt zieht mich bei John Wick nicht mit. Ähm. Ja, weil der ist so was, ich hab noch keinen Film gesehen von John Wick. Ja, es ist ironisch, es ist ad absurdum, ich weiß es nicht, es ist eigentlich nur diese kleine, dieser kleine Hund. Ja, ja, ja. Und dann diese... Aber der Hund steht ja für etwas. Ah, okay. Der Hund steht ja halt nun mal für seine verstorbene Frau, oder? Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber dann denk ich mir, ja, ich weiß auch nicht. Also, da zieht mich dann irgendwie, wenn bei Ben Arnold, bei Phantom-Kommando Dreiviertel Kalifornien, der einen Hund wegballert, dann denk ich so, jo, jo, nee, da muss auch, die müssen auch weg. Ich find die Motivation auch wichtig und Arnold, Phantom-Kommando ist ein Vertreter des Subgenres. Tochter wird schlecht misshandelt von Bösewichtern und Vater bringt alle dafür um. Und das Genre find ich ja besonders gut. Ich hab ja auch ne Tochter und das Taken, ne, der erste Taken gehört dazu. Auch der Mel Gibson, dieser letzte, wie hieß der nochmal? Blood, Bloodfather. Bloodfather. So. Die sind böse zu der Tochter, dafür legt er das ganze Syndikat um. Das ist konsequent. Das ist halt dieser klassische Charles Bronson. Auch Mann sieht rot. Ja, Mann sieht rot. Das frag ich mich auch manchmal. Welches war denn jetzt die erste Tochter, die entführt wurde? Weil 24 unter Liam Neeson 94 Hours ist auch exakt Phantom-Kommando. Ja, ja, das ist wie ein Remake. Das ist halt das Genre des Revenge-Flicks, aber ich würd schon sagen, dass Ein Mann sieht rot schon so die Grundsteine dafür gelegt hat, oder? Charles Bronson. Ein Mann sieht rot. Es gibt immer einen Cowboy-Film aus den 50er Jahren, wo schon mal irgendwas passiert. Exakt so ist es. Exakt so ist es. Ja, Ein Mann sieht rot, ne? Was war das? Wurde da die Frau oder die Tochter vergewaltigt in dem ersten? Daswish? Wir können uns nur an Desbysch 2 erinnern. Ja, Desbysch 2. Bis Desbysch 2 beigesehen hat, wird es ja nie vergessen. Das war ja ein bisschen over the top da, ne? Der Anfang. Ich hab mal einen ganzen Riesenartikel nur über diese Anfangsszene gelesen, wie sie die gedreht haben und so weiter. Da ist dem Herrn Winner irgendwie, glaub ich, ein Draht durchgebrannt, dass der da sowas gemacht hat. Beim zweiten jetzt? Der Anfang vom zweiten. Das ist ja ein bisschen over the top alles. Weißt du das noch? Jetzt seid ihr aber ja nicht nur über Splatter und Gewalt und so, sondern eure Filme sind ja auch stark geprägt von Comedy, muss man ja sagen. Comedy Street, Simon, ist natürlich auch noch mal ein prägendes Kapitel in deiner Karriere. Aber generell, du machst, glaub ich, auch für die Heute-Show heute noch Sachen? Ja, ich mach genau im Moment sehr viel Heute-Show. Ich hab auch schon Pussy-Terror und Cindy aus Marzahn und alles Mögliche, was auch nicht in Köln. Da kann gut sein, dass ich dann da mal dabei bin. Genau. Und das heißt also, diese Comedy-Schiene ist ja mindestens, genau wie die Action- und Splatter-Szene, auch ein starker Antrieb in euch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also eigentlich, das waren so Genre-Parodien, die wir gedreht haben. So hätten wir's, so hätte man's eigentlich auch nennen. Ja, so kann man sagen, weil wir haben uns natürlich damals auch vor der, vor der, vor der Verantwortung geflüchtet, dass wir einen ernsten Film drehen, den man jetzt ernst dann auch da hinstellt. Also wenn du dich in Trash und in Comedy flüchtest, dann ist es immer ja so ein bisschen mit der Entschuldigung verhaftet. Ist ja nicht so ernst gemeint, Leute. Ey, euer Film ist scheiße. Ja, aber der war ja auch nicht ernst gemeint. Da ist so ein Stück Feigheit drin. Aber die Geschichten, die uns begeistert haben, hätten wir nicht ernsthaft realisieren können. Ja, eben, genau. Wir hätten nicht Belmondo oder was ihr gesagt habt, Krieg der Sterne, das hätten wir nicht mit dem nötigen Ernst erzählen können. Also Captain Cosmotic ist ja der Wille, einen großen, geilen, Superhelden-Blockbuster zu drehen, wie wir ihn immer sehen wollten. Das ist tatsächlich der Anspruch, was auch lange Zeit in unserem Kopf so mitgeschwungen ist. Dass du natürlich da auf dem Acker in Isselhorst nur scheitern kannst, ist klar. Also musst du natürlich von Anfang an das Ganze schon so ein bisschen mit Trash anlegen. Natürlich ist der Film jetzt halt, sagen alle, ist Trash, das ist auch okay, das ist ja auch, da ist viel Absichtstrash drin, Absichtstrash-Elemente drin. Da sind aber auch unfreiwillige Trash-Elemente, in dem wir einfach gar keine Ahnung hatten, wie du so ein Drehbuch dramaturgisch vernünftig aufbaust. Da sind dann so viele Fehler drin, dass die Bösewichter auf den Helden treffen, das passiert erst nach 55 Minuten oder so. Da ist der Film praktisch schon, da geht er noch eine halbe Stunde, aber lauter so Sachen, die nicht passen. Aber gut, das ist vielleicht auch dieses Unperfekte, was dann manche Filme, und bei dem spüre ich das immer, dass immer wieder Leute drauf kommen zu sprechen, so über die Jahre retten manchmal, ne? Der misst einfach, der Müll, der immer wieder Freunde findet, so, ach, das ist gescheitert, und das finden Leute toll und gucken sich das gerne an. Ich selber ja auch. Ich bin ja auch Fan von Macho Man. Ja, da möchte ich gleich noch mal drauf eingehen, wir müssen einmal noch mal kurz, also wir müssen noch ein paar Mal Werbung machen, aber jetzt müssen wir halt einmal Werbung machen. Musst du nicht cliffhanger mit irgendwas, gleich geht's um Trash, Boxer. Ja, ich möchte mal gleich ein bisschen, ich möchte gerne diesen Trash-Begriff noch mal ein bisschen vertiefen, weil, wir sind natürlich alle nackt gleich. Und wir sind gleich alle nackt. Außer Antje, das wäre ein bisschen komisch. Ich möchte auch nackt sein, wenn alle, dann nicht auch. Okay, okay, alle nackt. Dann alle. Herzlich willkommen zurück zum Genre-Gulasch mit den Gose-Johans und natürlich mit Antje und mit Tietjen. Ja, wir waren gerade jetzt mal angelangt bei dem Thema, also so ein bisschen überhaupt mit der Definition, das hast du vorhin schon mal so einen Punkt gebracht, der mich interessiert. Was seht ihr, weil ihr habt hier bei Operation Dance Sensation, eine eurer, sag ich mal, größten, größten, aufwendigsten Werke. Da schreibt ihr selbst ins Booklet rein, ja, willkommen bei diesem, oder viel Spaß mit diesem Trash-Feuerwerk oder sowas, ja. Wo, wo, wo zieht man mittlerweile die Grenze? Weil ich hab das Gefühl, dieser Begriff ist halt einfach inflationell. Dieser Trash-Begriff ist in den, in den Gesellschaftsschichten, in denen ich mich bewege, ja, wirklich umstritten so, ne, Trash wird als abwertender Begriff benutzt, aber als wir damals das gedreht haben in den 90ern, haben wir immer selber gesagt, das ist Trash, also wir, die Freaks aus Offenbach und so, wir haben immer gesagt, wir trinken Trash-Filme. Ihr habt hier Bernhard Lenz und Manuel Francesco drin, ich hab mich so gefreut, ich hab Freaks, ich hab Freaks wirklich, diese eine Geschichte, dieses Freaks 2000, wo wir alles zusammengefasst haben, ich hab das rauf und runter geguckt. Zu Recht. Rauf und runter, ich hab herrlich, das ist eine der größten Jugenderlebnisse für mich überhaupt gewesen. Und ihn jetzt da zu sehen, Hammer. Klar, wir haben uns da natürlich mit denen zusammengefunden, weil das war dann irgendwie, die Gleichgesinnten haben sich dann irgendwann alle so, dann doch mal getroffen und sind sich begegnet und wir haben immer gesagt, wir machen Trash-Filme, ne, jetzt ist das so, dass Trash-Filme, dass das alles so sehr reflektiert wurde und wie so ein Genre gemacht wird, zum Beispiel diese Naked Vampire Strippers oder was immer in der Deadline manchmal so steht, ne? Iron Sky. Iron Sky. Und dann machen die immer so verschiedene Genres, die werden dann so zusammengenudelt und dann ist das, dann ist das wie so ein eigenes Genre wieder, was immer so Versatzstücke, die nicht zusammenpasst, dann irgendwie zusammenklebt, was, was früher aus der Not geboren war, um irgendwen ins Bahnhofskino zu locken, ähm, wo alle immer nur gedacht haben, Gott, wie peinlich, ähm, ist jetzt zu so einer, zu so einer Marke geworden. Also ich hatte früher das Gefühl, dass Trash, wenn ein Film als Trash bezeichnet wurde, dann war er, dann hatte er durchaus ne, die Intention, die Macher hatten die Intention, einen guten Film abzuliefern, sind aber völlig daran gescheitert. Und das sind die einzig Guten. Genau. Und heute wird explizit Trash produziert. Also Asylum zum Beispiel ist ja ne eigene Trash-Filmschmiede, wenn man so will, weil sich Leute irgendwie, weil die Spaß daran entwickelt haben, schlechte Filme zu gucken. Aber dann ist es meinem Empfinden nach kein Trash mehr, weil der Trash-Begriff ist ja geboren aus der Intention, das gut zu machen. Und wenn die heutzutage besteht, die ja nicht mehr, weil die Intention ja ist, wir wollen von vornherein schlecht sein. Ja, und wenn du die Intention hast, ich mach's von vornherein schlecht, aber das als wirtschaftliches Konzept, ist das Ergebnis streng genommen nicht schlecht, weil du hast was umgesetzt, was dein Konzept war. Und Asylum baut genau darauf. Und wenn jetzt heutzutage, letztens hatte ich das letzte Woche noch, da saßen zehn Leute um den Tisch rum und alle laberten und wir hatten einen Film da liegen, Invasion der blutrünstigen Bestien. Und dann, oh, was ist das denn? Ja, das ist, komm, egal. Und dann ging's aber, der ist doch bestimmt, ihr guckt doch so gern schlechte Filme. Ja, 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 so. Ja, der schlechteste Film, den ich gesehen hab, das war Sharknado. Ja, Sharknado ist, das ist halt kein schlechter Film. Das ist ja von Asylum alles so gewollt und konzipiert, ne? Aber ich diskutier dann da nicht rum, weil die ... Der springende Punkt, ne? Es ist bewusst oder es ist unbewusst. Ich muss da keinen missionieren. Ich hab mir als Vorbereitung hier auf unser Gespräch, hab ich mir, hab ich Trash mir ganz einfach bei Wikipedia nochmal durchgelesen. Und es hat mir tatsächlich geholfen. Die haben das da gut strukturiert. Ah, ist das so, ja? Denn was ja auch immer inflationär von der Seite reingrätscht ist, Fernsehen. Im Fernsehen ist alles Trash. So, das ist Trash, das ist Trash. Und dann so RTL-Dschungel. Das ist der totale Trash. Und man denkt so, Alter, die Produktion kostet fünf Millionen Euro. Wieso ist das jetzt Trash? So, da sind die besten Autoren. Das ist alles so, hä? Wo ist jetzt Trash, wo ist nicht? Das Dschungelcamp ist kein Trash. Das ist das fetteste, giga, mega Ding, was im Fernsehen läuft. Aber Trash hat eben im Fernsehen auch wieder eine eigene Bedeutung, die man nicht verwechseln sollte mit dem Trash. Aber das ist immer da, wo differenziert werden muss, wird's immer ein bisschen schwierig so. Es ist halt, wie du sagst, es ist halt kommerzialisiert worden. Es ist so ein Markt geworden. Also früher hat man sich so Perlen raus, so, der ist richtig schlecht. Den muss eigentlich zum Beispiel einer meiner Trash-Liebligen, ich weiß nicht, ob wir ihn kennen, ist Puma Man. Ja, kenn ich. Der ist halt so sensationelle Scheiße. Das ist eine Freude, es denen zu gucken, weil alles an dem Film ist einfach kacke. Aber mit so viel ... Aber das ist ein schöner Film. Ja, aber mit Hingabe und Ernst und so richtig schlechten Kamerafahrten, da gibt's so eine Kamerafahrt, da merkst du richtig die Ansage, du kannst die Ansage des Regisseurs, dann guckt er mit der Lupe auf dem Globus und die Kamera will aber so da wegfahren. Und dann fährt die Kamera so weg und dann geht er halt schnell noch so hin und guckt so hin, weil andernfalls würde er einfach die Lupe, für wen hält er die da hin? Und du merkst halt, sie wussten nicht genau, wie sie's machen sollen, dass er einerseits da so mit der Kamera wegfahren kann, aber es gleichzeitig so aussieht, als ob er ... Also sie haben diesen Schulterschuss nicht gescheit hingehen irgendwie und das ist alles da drinne und das ist so schlecht und das ist für mich ein echter Trash-Film. Aber das hat ja Scham. Genau. Das findest du in einem Silent-Film nicht. Genau, das ist Marketing. Das ist Marketing, das ist genau, die wissen hier um ihre Zielgruppe, die wissen genau, das ist halt zwar irgendwo auch Trash, aber nicht der Trash-Gedanke. Horror-Komödie hätte man da früher zugelassen. Und ich glaube, das, was du gerade genannt hast, kann's heutzutage gar nicht mehr wirklich geben, weil die Filmmaschinerie einfach viel zu sehr durchgetaktet ist, da wird viel zu viel Geld mittlerweile reingepumpt. Also das kann's schon geben, aber ich glaube nicht im Kino. Also in dem Moment, wo sowas einen offiziellen Verleih hat und Produzentengeld da drinne steckt, dann ist es nicht mehr. Aber wenn sowas, weiß ich nicht, wenn irgendwelche Leute wie ihr auch sich zusammentun mit einer Kamera vom Papa und das irgendwie hochladen und machen, dann kann das, finde ich, immer noch Trash sein. Naja, aber ich finde jetzt zum Beispiel der Hellboy-Film, der ist für mich Trash. Oder zum Beispiel. Nee, der ist einfach schlecht. Ja, aber eben, weil er halt zu viel will und nichts davon hinkriegt. Ja, aber das ist aber ein schlechter Film. Ich kann mir vorstellen, dass einen der Hellboy-Film nicht berührt. Das auf jeden Fall nicht. Aber Trash kann das ja nicht sein. Aber Trash ist ein bisschen schwierig. Also, weil, genau. Milliarden Dollar verballert wieder da, ne? Ja, aber guck mal. Also, ich mein, was sagst du nur zu Paul Verhoevens Showgirls? Ja, fand ich damals scheiße. Ja. Als Verhoeven ist mein Lieblingsregisseur. Ähm, jetzt wird er gefeiert. Ich hab mir jetzt auch die Blu-Ray noch mal geholt. Siehste. Und ich will's jetzt noch mal auf mich wirken lassen. Und dann ist... Weil ich finde nämlich wirklich keinen Paul Verhoeven-Film schlecht. Und jetzt nur den halt. Aber das ist 20 Jahre her. Du denkst, es liegt an dir vielleicht. Es liegt an mir. Ich hab meinen Meister da nicht verstanden. Also, für mich ist das Paradebeispiel für einen relativ modernen Trash. Ich glaub, der ist von 2009. Gesetz der Rache. Weil das ist ein Film, von dem ich glaube, zu sehen... Wie heißt der auf Englisch? Mit dem... Das ist doch der mit... Ach, Laura. Genau. Ein fieses, rechtes Ding ist das. Genau. Und ich glaube, dass dahinter die Intention steckt, wir machen einen wirklich ernsthaften Film über Rache und über Gerechtigkeit. Aber das, was am Ende daraus geworden ist, ist ja völliger Quatsch. Trotzdem macht dieser Film Spaß. Man kann sich den gut angucken. Aber die Intention dahinter, ich glaube, die ist völlig... Da ist völlig irgendwas schiefgelaufen. Die sind völlig damit gegen die Wand gefahren. Wenn man sich auch so Interviewausschnitte mit Jared Butler von damals anguckt, der hat das total ernst genommen. Der hat diese ganze Gerechtigkeitssache immer verteidigt in den Interviews. Und wenn man den Film aber sieht, denkt man, ja, der ist gut gemacht. Aber das ist völliger Quatsch. Und da ist alles schiefgelaufen. Und ich denke, selbst wenn der Film jetzt hochwertig aussieht, wenn der ein hochwertiges Production Value hat, wenn der auch gut gespielt ist, das ist trotzdem meiner Ansicht nach ein Trash-Film, weil das, was die vorhatten mit dem Film, einfach kolossal schiefgegangen ist. Ja, verstehe ich. Weil eigentlich, ich hab den auch im Kino gesehen. Ich glaub, es war eine Pressevorführung. Und ich dachte nur, weil der hat ja eine Spannung, wie du schon sagst, ne? Aber ich fand den damals moralisch, so was von neben der Kappe. Ich mein, der ist zwar wie Death Wish, aber Charles Bronson hat echt einen Grund und eine Wut und geht dann los. Ja, und lässt sich noch irgendwie überfallen und reagiert dann. Aber der da, Gerard Butler, mit seiner Todesmaschinerie, was er dann so perfide plant, da die Leute in Salzsäure aufzulösen, da dachte ich, boah, ey, es geht aber auch irgendwie, also das geht ja gar nicht mehr, ne? Also, und auf dem Level ist, glaub ich, so ähnlich, siehst du das auch, da find ich's auch total neben der Spur. Aber ich glaub, für mich ist es kein Trashfilm. Ich glaub, wir müssen uns ... Gesetz der Rache. Ich glaub, Status Quo ... Ja, technisch nicht. Ich glaub, Status Quo, wir müssen uns von dem Wort Trash jetzt trennen einfach. Ja. Weil, ähm, das Trash-Genre ist entstanden aus dem B-Movie-Genre. So, dann wurde es reflektiert, auch durch Leute wie uns, ne? Wir wollen uns ja nicht klein machen, ne? Wir wollen ja eure Gäste hier ein bisschen groß machen. Natürlich, natürlich. Durch Leute wie uns, ne? Also, ich find, am markantesten eigentlich, wenn Dieter Parker da vor dieser Blue Screen fährt. Das ist so, das war so unsere Reaktion auf so diese Blue Screen. Das ist natürlich Absicht. Hitchcock, James Bond. Das ist ein Super 8. Hitchcock. Das hätt's ja auch in echt drehen können, wäre das kein Problem gewesen. Hitchcock und James Bond, wenn die Auto gefahren sind, immer Katastrophe in den 60er-Jahren gewesen. Aber, und dann, was du sagtest, mit Sharknado, ne? So, diese bewusste Anlehnung an B-Movies, an Trash-Genres, an Tier-Horror-Filme, auch völlig ad absurdum. Aber dann ist ja auch irgendwie, aber was kommt jetzt als nächstes? Also, ich meine, den Ursprung vom Trash, die Reaktion, die Reflexion und damit ist jetzt auch irgendwie dann Ende, oder? Durch, ja. Wir haben ja schon auch fast alles durchexerziert, ob's jetzt Kung Fury ist zum Beispiel. Also, ich würde sagen ... Ja, das ist halt nur noch ein Zitaten-Sammelsurium. Es ist kein Trash, das ist gut gemacht. Ich kann das verstehen, dass ihr dazu Trash sagt. Ich würd's vielleicht auch sagen. Aber eigentlich ist es ein misslungener Blockbuster. Es ist einfach misslungen. Ja, okay. Von mir aus das. Weil das Geld ... Aber was ist zum Beispiel mit so was wie ... Du meinst Hellboy. Weil sie das für Hellboy meinten. Ja, also Hellboy oder auch der Gesetz der Rache oder so. Ja, ja. Das ist einfach ... Technisch sind die ... Technisch ist Gesetz der Rache kein Trash. Aber ich versteh das schon. Mit dem Drehbuch? Versteh ich auch. Da sind denen die Pferde durchgegangen. Drehbuch übrigens Kurt Wimmer. Das ist der ... Der hat auch geschrieben ... Oh, hier, das ist der von Equilibrium, ne? Equilibrium. Und er hat dieses mit Mila Jovovich gedreht. Ultra Violet. Ja. Der war auch scheiße. Aber sag mal, was ist denn dann Helge Schneider? Zum Beispiel so was wie 00 Schneider oder so was. Na, Helge Schneider ist 100% Kunst. Hätte ich jetzt auch gesagt. 100% Kunst. Aber seine Filme werden schon als Trash-Filme bezeichnet. Ja, das ist aber Unsinn. Ja, also bewusst oder unbewusst. Also beides kann irgendwie Trash sein. Man kann bewusst Trash machen. Ich versteh daran, was die Leute daran Trash, aber das ist falsch. Aber in dem Moment, wo man's bewusst macht, ist es eigentlich Kunst. Habt ihr dann so was wie auch zum Beispiel Reezy Strangler gesehen? Mhm. Weil das fand ich halt ... Das war so ein britisches Äquivalent zu Helge Schneider. Irgendwie nur, dass mir halt viel zu spät kam. Weil er halt auch so, weiß nicht, minutenlang ... Ist der britisch, der Film? Oder amerikanisch. Ja, ja gut, ist auch egal. Ich würd's jetzt nicht ... Er ist auch natürlich kein Trash. Nimmt aber diese Elemente und baut das natürlich als völlig eigenständige, independent, underground Fantasie zusammen. Und auch, würd ich auch als Kunst bezeichnen. Ähm, ist ähnlich wie Helge Schneider. Also, ich würd gerne über eins mit euch sprechen. Also, ich bin Fan des Films, muss ich sagen. Reezy Strangler war wirklich einer der besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen hab. Hast du den Evening with Beverly LaFlynn schon gesehen? Der ist auch von dem gleichen Regisseur. Ah, okay. Nein, leider nicht. Den fand ich ein bisschen besser. Ja? Okay. Also, ich hab ja eben gesagt, diese eine Captain-Cosmotic-Szene, wo so ganz ziemlich deutlich diese Blue-Screen-Momente von Hitchcock oder so, ne, die du ja dadurch parodiert hast. Ja. Einfach High 8. So, was würde man jetzt heutzutage für eine Szene machen, ähm, dass das tricktechnisch eindeutig Trash wär? Also, es gibt ja immer diesen 20-Jahre-Zyklus vielleicht, ne? Also, was war vor zwei Jahren an Tricktechnik unfreiwillig komisch? Ähm, könnte man... Da ist der Super-8-Projektor. Wie könnte man, so das ist was, was ich mich frage, wenn man heutzutage Captain-Cosmotic drehen würde, ähm, was wären die Referenzen, ja? Ich meine, Jurassic Park war 97, ne? Ach so, meinst du das? Und, oder so, kann man... Gibt es... Ja, das müsste man Filmemacher fragen, die jetzt 20 sind. Vielleicht. Vielleicht kann man es selber gar nicht beantworten, sondern man muss es... Doch, hier, Antje, du bist doch eine junge Frau. Ja. Was? Unfreiwillige Komik. Ähm, durch Tricktechnik. Oder guckst du auch die Sachen aus den 70ern und 60ern, weil die einfach... Ich bin gerade dabei, das alles nachzuholen. Nein, 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 ich meine das nur, weil du ja gerade gesagt, du hast es ja gesagt eben, dass der moderne Film sich so weit weiterentwickelt hat, dass es das eben nicht mehr gibt. Ja, oder sagen wir... Wenn du es also sehen willst, musst du weiter zurückgehen. Ja, oder eher, na, bei dem modernen Film meinte ich, weshalb das nicht mehr möglich wäre, heutzutage habe ich eigentlich eher so auf die PR-Maschinerie angespielt, die heute um jeden Film drumherum gemacht wird. Ja. Zum Beispiel, Gesetz der Rache kann man ja nicht gut veralbern. Nee, überhaupt nicht. Da geht's um Haltung. Und das ist eigentlich eine recht intellektuelle Frage dann, die einen da beschäftigt. Aber wie könnte man einen aktuellen Film, wie könnte man Hellboy veralbern? Kann man auch nicht richtig veralbern, den Reboot jetzt. Es wurde ja versucht, diese ganze Veralberung mit diesen Friedberg-Seltzer-Filmen, die dann irgendwie... Nee, Scary Movie haben... Nee, aber diese Meine Frau hier, Spartaner und ich... Genau, Late Movie und das Ganze. Also es gab ja diese Parodie... Sie sind jetzt plötzlich selber Bottom 100, Top 1, ne? Disaster-Movie, ja. Disaster-Movie, genau. Es gab ja diese ganze... Das wurde ja von Scary Movie, glaube ich, so... Scary Movie hat ja begonnen. Also es gab ja diese riesige Welle, wo irgendwann... Jedes Genre hatte einen eigenen Spoof-Film, wenn man so will. Aber das ist ja dann irgendwann auch... Aber das ist ja eine Parodie. Das ist eine eigentlich klassische Parodie. Ja, genau, ja. Aber das Problem ist, glaube ich, dann, wir haben halt einfach noch nicht... Und ich glaube, die jungen Filmemacher, die müssen sich erst mal ihren ganzen Kosmos zusammensuchen. Ich weiß nicht, wann ging's los bei euch? Wann habt ihr gesagt, ey, wir nehmen jetzt mal aus dem Film das und das und das? Also... Vom ersten Film an würde ich sagen, ähm, das Erste, was wir... Also es ist ganz klar, dass die erste Intention war, wenn ich eine Kamera aufbaue, ähm, wie inszeniere ich einen Splatter-Effekt? Also so im Sinne aber von wie so ein Zaubertrick. Ich könnte jetzt ein Loch in eine Tischplatte reinschneiden, die Hand, dann mach ich da so einen Handschuh und dann schneide ich den Handschuh ab. Da hat man sich so überlegt, so wie so Tricks... Also erst mal war so, bei mir an dem ersten Tag, wo ich mit der Kamera gedreht hab, haben wir so lose zusammenhängende Splatter-Szenen gedreht, weil ich einfach sehen wollte, sieht das echt aus? Kann ich so eine Illusion machen? Das ist total alberner Kack, aber solche Sachen haben wir gemacht. Nur Effekte. Wir haben nur Effekte gedreht. Aber du hast dich auf was gestützt, was schon... Also du hast dich ja auf jede Menge Sachen gestützt, die schon da waren. Ja, die Horrorfilme, die ich gesehen hatte in den 80ern. Genau. Das ist die Fulci, ähm, der ganze Splatter-Karte. Deodato, Darmato. Genau, genau. Die ganzen Jungs da. Ja, ähm, dementsprechend, ich mein, ich weiß nicht, ob's heute, wie viele ikonische Szenen hast du denn jetzt innerhalb der letzten zehn Jahre generiert? Ja, das ist die Frage. Da seh ich als erstes wieder Fury Road mit diesen... Und das sind eigentlich, das sind eigentlich die ikonischen Szenen, die es schon 1981 in Road Warrior gab. Das ist ja schon, das ist ja ein Remake ein bisschen von Road Warrior. Aber vielleicht ist das Filmgenre ausgereizt in einer gewissen Art und Weise. In dem Moment... Ich will's gar nicht sagen, aber... Doch, es ist auserzählt, glaub ich auch. Wenn der B-Movie ironisch wurde, ist vielleicht der Trash verloren gegangen. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, ich mein, aber ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, die das versuchen, ernsthaft auf die Reihe zu ziehen. Aber ich glaub, wir haben dann entweder den Sachverstand, dass es halt wirklich... Vielleicht kriegt ja auch nicht das Publikum. Weil wir waren ja so ein bisschen auch so eine Videogeneration, die ja auch dann halt eben das B-Movie-Genre abgefeiert hat. Also, da wurden ja auch manche Filme... Oder beziehungsweise, also, manche Filme wurden ja auch erst auf Video groß. Mhm. Aber das Ding ist halt auch, dass sich die Zeiten insofern geändert haben. Wir sind früher in die Videothek gegangen, haben wir schon ganz oft drüber geredet und haben einfach das geilste Cover mit nach Hause genommen. Mhm. Weil du gar keine Ahnung hattest. Du wusstest auch nicht. Also, meine Eltern waren in Tanz der Teufel und die wussten überhaupt nicht, auf was sie sich da einlassen. Sind völlig geschockt und rausgekommen und haben die Welt nicht mehr verstanden. Mhm, zu Recht. Und, äh, ja, aber du, heutzutage bist du natürlich so krass informiert, du weißt alles. Es gibt gar nicht mehr diese, wie sie sag ich mal... Ja, es gibt gar nicht mehr diese junge Naivität, du gehst in eine Videothek, sondern du hast, den hab ich schon gehört, das ist von dem und dem und der hat mir den empfohlen. Sondern du bist damals so auch in eine Videothek gegangen und du wusstest nicht, ist das ein B-Film, ist das ein Trash-Film, ist das ein geiler Science-Fiction-Film. Ich hab schon ganz oft geredet in diesem Zuge von Star Wars. Ich bin mit meinem Vater immer am Wochenende in die Videothek. Und dann wurde einfach irgendein Film mit einem Raumschiff drauf ausgeliehen, in der Hoffnung, dass das genauso geil ist wie Star Wars. Das war's natürlich nie, aber dafür hab ich halt tausend beschissene Filme gesehen, wie das Arche-Noah-Prinzip oder so. Ja, ich weiß, der ist nicht mega scheiße, aber mit sieben und wenn du Star Wars erwartest, ist der scheiße. Starcrash. Oder Krieg der Eispiraten. Ja, oder Baccaroo Banzai oder sowas. Da hast du gedacht irgendwie... Kannst du den Galaktik machen. Ja, du hast gedacht, das ist sowas wie Star Wars, hat mein Vater gesagt. Der hat das dann so, ich durfte nicht mit rein in die Turmin-Videothek, da hat er hinten das Cover gelesen, hat mir das gezeigt, da geht's um irgendwelche Raumschiffe. Ja, Raumschiffe, alles klar. Und dann wurde das geliehen. Ja. Und heutzutage gibt's das nicht mehr auf Netflix, ist alles auf dich zugeschneidet, du weißt genau, was du willst, die wissen genau, was du willst, du guckst 20, 30 Stunden genau geile Scheiße, die du magst. Du guckst gar nicht mehr irgendeinen Kack. Wer guckt denn noch Kack? Wir haben gar keine Zeit, Kack zu gucken. Ja, das ist mein allgemeines Serienproblem. Ich will nicht auf einzelne Serien eingehen, das ist ja eh ein Thema auf jeder Party. Hast du die, hast du die, hast du die gesehen, da drehe ich schon durch. Das allgemeine Serienproblem ist für mich die Konfektionierung eines Produkts, was am Markt funktionieren muss. Da kann die Serie noch so geil sein. Sie geht so und so viele Minuten, es gibt so und so viele Folgen und wenn es gut genug läuft, machen sie nochmal Folgen, machen sie nochmal Folgen. Und diese serielle, immer sich beschränken auf eine Laufzeit von 42 Minuten, 57 Minuten, das ist alles so, das krieg ich bei mir aus dem Kopf nicht raus, dass das alles für mich so konfektioniert ist, dass ich das fresse und immer mehr fresse, wie Chips. Und das macht mir diesen ursprünglichen Kunstanspruch da irgendwie kaputt. Weil selbst Karate Tiger 2 war dann ohne Van Damme, war gemogelt, weil das gar kein Karate Tiger ist, war gekauft von den Philippinen und lief im größten Kino. Ist also ein reiner Kirmesbeschiss. Das ist aber die konfektionierte Serie nicht mehr. Die konfektionierte Serie ist das perfekte Produkt für dich, eins zu eins und du wirst nicht enttäuscht. Und nicht nur bei der Serie, beim Film ja auch. Genau. Das Kino besteht auch nur noch aus Film rein. Genau. Und Film rein oder du kriegst einfach genau das, was du willst und es ist gut. Aber bei der Serie ist es hart, weil das wird dann nochmal und nochmal verlängert und dann hast du, äh, denn die Leute immer so, oh jetzt, äh, der neue Film, blablabla, der geht zweieinhalb Stunden, ey, zweieinhalb Stunden, äh, äh, der Regisseur hat einen Ego-Trip, warum muss das so lang sein? Ja, kann ich verstehen, sehe ich ähnlich auch. Aber warum muss ein Film 25 Stunden lang sein? Warum spüre ich dann in Folge 6, dass plötzlich Figuren reingebracht werden, die mir bisher gar nicht gefehlt haben, um das dann wieder zu verzweigen? Das, das ist so eine, ähm, ich, ich hab auch Serien geguckt, ich find auch Serien gut, ne? So ist das nicht. Aber, aber das ist das, wo ich, das ist ja das Problem. Ich stell mir keine Serien als Box nach Hause da. Ne, aber das ist ja das Problem, ich guck, äh, man findet's ja auch geil, aber trotzdem ist es auch Teil des Problems. Also es ist einerseits cool, weil es macht Spaß, aber das ist so wie Chips, wie du's grade sagst, sie schmecken lecker, aber sie tun mir nicht gut. Aber trotzdem weiß ich nicht, weil sie halt lecker schmecken. Ich hab mir drei Staffeln Daredevil reingepfiffen. Ja. Wo wir uns einig waren, dass es gut ist, das sag ich auch. Also die zweite Staffel ist auch gut. Die zweite Staffel? Ja. Okay, und da haben sie doch eigentlich eh so viel kritisiert, zum Beispiel, dass es halt nicht so einen vernünftigen Gegenspieler gab, wie jetzt Fisk zum Beispiel in der ersten. Ihhh, ja. Die zweite Staffel Daredevil ist doch mit dem Punisher, die ist doch, find ich, find ich. Stimmt, ja, okay, ja. Alles klar, nehm ich drüber. Das ist auch dieses, dieses. Ah, Mittelteil ist vielleicht ein bisschen mit Elektra, muss man mögen, aber ich find die zweite Staffel, äh, ist ja auch egal, jeder hat seine eigene Staffel, ne? Du guckst, äh, Daredevil, das guckst du dir so an, so bei Netflix, ne, ich sag, wollen sie noch ne Folge, ja, noch ne Folge, ja, das wird so weggeballert und das ist hundertfach so menschenverachtend und brutal wie Tanz der Teufel. Das ist ein unfassbar menschenverachtender Kram, wo jeder direkt in tausend Stücke geschnitten wird, der nur irgendwie mal falsch aufmuckt, sofort zu Brei gehauen wird, mit schlimmsten Geräuschen, Metzger da dieser Superheld, da die Leute weg, früher hieß der Der Dämon und war immer so die Backstory zu, ja, dann, ähm, ich weiß nicht, wo diese, diese, diese Darstellung von Gewalt, ey, und ich bin noch aus dieser Generation Videothek, was ist das härteste, was es gibt? Und jetzt komm ich schon an so einen Punkt, dass ich denke, ne Fernsehserie bei Netflix. Ne, jetzt kommt ja der Disney-Streaming-Dienst, Thilo und dann. Ne, aber wir sind ja da drauf. Ja, die übernehmen das aber, die übernehmen das doch da. Aber wir sind ja auf dieses ganze Thema gekommen, weil wir überlegt haben, warum, ähm, gibt es sowas vielleicht nicht mehr, warum kann man sowas gar nicht mehr verarschen und so und ich glaube halt schon, dass diese 80er, 90er Jahre, ähm, wo auch viel experimentiert wurde, auch in Hollywood und so, wo vielleicht auch Gelder freigemacht wurden für Sachen, die nicht funktioniert haben, das gibt's in der Form nicht mehr. Die, die, die pumpen jetzt natürlich alle ihr Geld in Sachen, die funktionieren. Also jeder, der Produzent ist und in Hollywood, äh, Geld machen will, der schickt, steckt es in ein Projekt, wo er hofft, dass da auch wieder Geld reinkommt. Ja, zumindest in Amerika, ne? Also die Serie ist halt im Rest der Welt, da gibt's noch so ein bisschen was und Netflix, da muss man ja auch sagen, ne? Ich weiß nicht, habt ihr den, habt ihr den The Night Comes For Us gesehen? Nein, weil auch alle wieder meinten, das wäre der brutalste Film aller Zeiten und zwei Stunden lang wären da alle nur abgeschlachtet, da dachte ich, och, och, ja, aber so ein Film, so ein Film wäre, okay, jetzt haben wir gerade einen anderen Film gesehen, wo wir halt auch schon uns geredet haben, wie der über irgendeine FSK 8 in Freigabe kriegen soll und das ist ein großer Film, ich darf jetzt leider den Titel nicht sagen. Der mit dem Bann aus Matrix, zum Beispiel. Ja, okay. Aber dieser It Comes At Night, der wär früher, ich glaub, nicht so zu uns in die Videotheken gelangt. Nein, natürlich nicht. Der wär auf jeden Fall, den hätten wir uns wieder in Holland holen müssen oder irgendwo anders beziehen müssen oder sonst irgendwas und der wird auch nicht ins Kino kommen. Der wird hierzulande, also hierzulande wird der jetzt nicht mehr ins Kino kommen und da bin ich dann schon froh, dass Netflix dann sagt, ey, Timo Tachmayo oder wie er heißt, äh, hier, mach mal, ja? Und er hat gemacht, ja? Also ist der gut, du findest den gut, ich hab ihn ja noch nicht gesehen. Die Story, schmeiß weg, die Charakterentwicklung, auch egal. Das ist doch, ist er indonesisch? Ja, indonesisch. Ich hab den auf indonesisch geguckt, ähm, tatsächlich ohne Untertitel, weil's egal war. Aber der ist. Aber also von der, man muss natürlich schon drauf stehen, aber es ist schon Gewaltporn, keine Frage, aber in seiner puristischen Art schon wieder auch, also, es ist so schön zelebriert, dass ich auch nicht, einfach nicht weggucken konnte. Also, ähm, na, das muss man schon auch sagen, es ist schon ein totales Gewämse. Also ich mein, was ich die letzten Jahre gut fand, war hier das mit dem Hochhaus. The Raid. Früher hat man, kann man in so eine Sendung und hat den Leuten so abgefahrenes Zeug gelegt und die Moderatoren so, aha, aha. Und jetzt erzählen die Moderatoren, als sie einfach mal sagen, was das auch gibt. Wir sind doch dieses Bettlerleute. Ja, der ist schon. Aber ich mein, wie gesagt, da seh ich halt auch wieder dieses Ding, dieses Fluch und Segen zugleich. Ja, ja, ja. Weil, ich mein, ich freu mich jetzt auch über Disney Plus, wenn ich diese Bilder von dieser Mandalorian-Serie sehe. Ja. Und denk mir aber auch auf der anderen Seite, ja, schade, dass dann halt dadurch so wieder so viel zentriert wird und einfach wegfällt für den Rest der Welt so gesehen, ja. Guck mal, ey, was sind wir erniedrigt worden, ne? Tanz der Teufel auf Tele 5, ne? Die 40-Minuten-Variante. Jahrzehntelang der heißen Gegral und da musst du nach Holland und ich hab den von Video 2000 und der Ton rauscht und der ist nochmal Kacke. Und dann jetzt ist er doch legal, jetzt kommt er im Kino oder man war im Kino drin, der war immer noch geschnitten. Und so ging das immer weiter. Und dann plötzlich die komplette Packung ab 16 und auf Tele 5. Hier, nimm den da, im Rossmann kannst du den mitnehmen. Das ist doch nicht fair, oder? Nein, es ist so. Und schon kriegt man von dir auch, du bist jetzt ein alter Mann, nimm doch da ein Tanz der Teufel mit. Hör mal, die Kinder, die gucken zur Einschulung in die Schultüte. Die Kinder gucken der Deppel, ne? Dagegen ist Tanz der Teufel Kindergarten. Ja, ist wahrscheinlich auch echt so. Ja, es ist einfach unglaublich, also früher, genau, also Hollywood war ja immer total budgetfixiert, so. Der Film hat so und so viel gekostet, er muss das und das irgendwie wieder reinkriegen. Und alle anderen Länder haben gedacht, irgendwie, wir probieren mal was und mit bisschen Glück verdienen wir Geld. Und, ähm, und so hat sich das ja durch die Jahre immer so fortgesetzt. Und mittlerweile sind ja ganz andere Communities da mit einem total speziellen Geschmack, für die maßgeschneidert, äh, hochwertiger Inhalt in einer globalisierten Welt natürlich, äh, produziert wird, ne? Ähm, es, also jeder hat ja quasi ne eigene Serie. Wo das alles hinführt, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber was ja auch passiert ist, ich sitz in Niehorst und dann hat Roma nen Oscar gekriegt. Und ich sag zu meiner Mutter, guck mal, Roma hat nen Oscar bekommen, den können wir jetzt gleich streamen. Äh, in Niehorst. Äh, verrückt. Früher war das so, da hat ein Hollywood-Film nen Oscar gekriegt. Drei Monate später kommt er ins Kino und hoffentlich auch nach Gütersloh. So, so. Und jetzt, zack, hier, also, es hat sich alles, es hat sich alles, Leute, die Welt hat sich verändert. Ja. Und was Simons und Tilons Mutter zu Roma gesagt hat, das erfahrt ihr direkt nach der Werbung. So, herzlich willkommen zurück zum Genre-Gulasch mit den Gosi-Johans hier bei Kino Plus Spezial. Und ja, wir haben natürlich jetzt wieder mal geschwärmt und wie schön es früher war und die guten alten Zeiten. Und so weiter. Aber wir haben ja auch analysiert, dass die Zeiten heutzutage eigentlich besser sind. Theoretisch. Sie sind anders. Nur eben dann nicht mehr so geheimnisvoll. Ja, vielleicht. Aber es gibt ja auch hier und da die Sachen, die man entdecken kann. Was, was ist denn so das, das stellen wir normalerweise immer, die erste Frage, die wir eigentlich in jeder Sendung stellen, wenn wir Gäste haben. Was habt ihr denn zuletzt, was ist der letzte Film, den ihr gesehen habt? Captain Marvel. Na, oder? Captain Marvel hab ich auch gesehen, ich hab auch Shazam gesehen, aber der letzte Film war Dragged Before Concrete. Dragged Across Concrete. Dragged Across Concrete. Mit Mel Gibson. Und? Auf dem Fantasy Filmfest Nights. Ach so, ich hab Star is Born geguckt. Oh, mit das Remake, ja? Ja. Okay. Ich musste, meine Freundin musste ich echt bearbeiten, dass sie das mit mir guckt. Sie sagt, sie hat keinen Bock auf so eine Schnullze. Das ist ja Lady Gaga. Und sie musste hinter den Film auch noch bezahlen, damit ich ihn gucken kann. Weil du dein Geld vergessen hast? Ja. So ungefähr. Also konnte man ja auch recht schnell streamen, nachdem er den Oscar gekriegt hat und hatte seine Momente, hatte aber auch echt Längen, muss ich sagen. Hatte auch Längen. Habt ihr geguckt? Ja. Lady Gaga fand ich super. Es war ein paar Mal immer zu spät und hab ich auch gesehen, 135 und dann dachte ich, ah, zu müde jetzt, guck ich ein andermal. Ah, 110 Minuten. Ich gucke nach wie vor aktuelles Kino. Ich bin jetzt nicht nur, dass ich retro gucke, ich gucke schon die neuen Sachen. Aber oft ist es so, dass ich einen Film erst gucke, wenn mir den zwei oder drei Leute dann wirklich empfohlen haben, unabhängig voneinander. Weil manchmal ist es dann auch so, dass ich dachte so, ach. Es ist ja auch so ein bisschen so, zum Beispiel, ich hab jetzt geguckt, Hanna, ne? Die Serie? Hanna, ja genau. Ist in Berlin Alexanderplatz, die Werbung ist so groß, du kannst sie nicht zählen. Ich kenn ich aber für null. Hanna. Ähm, ist so Konsens, ne? Also ist halt ein Mädchen, die Identifikationsfigur ist ein junges Mädchen, da hat meine Freundin Bock drauf. Es ist Action ein bisschen, so ein älterer Charakter, da hab ich dann Bock. Ist so Konsensunterhaltung. Stranger Things 2 guckt ja auch dann, hat ja auch so jeder geguckt, ne? Aber es sind ja dann eigentlich wirklich die alten Genre-Geschichten neu aufgelegt. Wenn man's mal runterbricht auf das, was eigentlich wirklich passiert an Storytelling, dann ist es Carpenter, also bei Stranger Things ja ganz massiv. Ja, ja. Aber klar, sind neue Figuren über eine andere Emotionalität, wird dann irgendwie, wird dann irgendwie, also ich meine Conjuring 2 war ja auch ein bisschen Geisterspuk. Sind wir totaler Fan von Conjuring 2. Ja, dem ist unglaublich gut. Letzten Endes suchen sie da einen Geist, ne? Es wird dann auch alles so ein bisschen anders ausgeschmückt irgendwie, ne? Der Umfang, die Ausstattung ist einfach ganz geil. Und irgendwie bei Hannah, ja, ist dann auch wieder ein Mädchen mit super Fähigkeiten zum 20.000. Nein, die hat super Fähigkeiten. Da kann ich das nicht gucken. Aber es ist einfach anders erzählt. Es wird so über Ost... Hast du's gesehen? Nein, hab ich nicht. Aber ist das nicht die Serie zu diesem Wer ist Hannah? Also mit diesem Kind, das in der Einöte da zur Killerin ausgebildet worden ist? Und von ihrem Vater, wer war das? Shorsha Ronan, oder wie sie heißt, ne? Das war, glaub ich, da gibt's einen Film dazu. Der kam vor ein paar Jahren mal in die Kinos. Ah, okay. Und ich glaub, das ist jetzt einfach der Serienableger. Auch wieder mit ihr? Nee, ich glaub nicht mit ihr. Also es sind so Sachen, die man alle schon 20, also als Genre-Fan aus den 90ern, hat man dieses Story-Kram. Ist halt jetzt ein Mädchen, was eine Killerin ist. Gut, hat man auch schon damals mit Luc Besson, ne? Aber trotzdem ist das natürlich so ein bisschen was anderes, wenn so eine junge 16-Jährige da so dermaßen... Action ist ganz gut inszeniert, muss man schon sagen, aber... Aber ist das ne deutsche? Das ist keine deutsche Serie. Nee, nee, ist auch richtig... Spielt der Joel Kindermann, spielt den Vater von mir, wenn ich das richtig... Oh, Robocop war auch kein gutes Remake. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das Remake von Robocop. Hey, wow, endlich mal einer, der sagt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Nein, Robocop ist einer meiner Lieblingsfilme und da rede ich nicht drüber, über das Remake. Genauso wie Total Recall. Absolut, Total Recall. Ich bin ja bei, also vom Kopf her bei Paul Wehrhovens Science-Fiction-Klassikern, ist bei mir tatsächlich Starship Troopers ganz weit vorne. Robocop, allgemein als 80er Jahre, Gewämse natürlich, klar, unerreicht. Aber mit Starship Troopers ist er wirklich, da ist er wirklich komplett, hat er nach den Sternen gegriffen, im wahrsten Sinne, ja. Und er hat Glück gehabt, dass es noch ein Erfolg war, ne? Muss man ja auch mal sagen. Nein, das war damals kein Erfolg. Doch, ne, schon. Also das lief so, das lief schon nicht richtig geil. Ja, okay, sagen wir es mal so, sie hätten sich, glaube ich, ein bisschen mehr ausgemalt, aber es war jetzt auch nicht verkehrt. Also es war jetzt nicht der Total Flop. Totaler Flop war das nicht, ne? Aber danach hat er keine große Chance bekommen. Nachfahrer erst mal. Hallo, Hollow Man, ne? Der hatte so viel Geld ausgegeben. Da wurde das Budget erst mal eingedampft. Ja, Hollow Man ist von Paul Werfen. Da regt er sich bis heute drüber auf. Da wurde das Budget eingedampft. Könnte da nichts machen, ja. Da wurde nur plötzlich nur noch ein Film gemacht für ein Drittel von Starship Troopers. Die alten Paul Wehrhovens sind auch gut, die holländischen. Aber kann es sein, weil wir vorhin über Showgirls geredet haben, dass, ähm, es heißt ja immer so, one for them, one for me sozusagen. Du musst einen für die machen, und das war ja so im Fahrtwind von Basic Instinct, dass er da irgendwie so ein Cash Grab gemacht hat, der, was war der Film nach Showgirls, den er gemacht hat? Ja, könnte, äh. Das war Starship Troopers, oder? Also vielleicht war, hat er Showgirls gemacht, so eine Theorie, um Starship Troopers zu machen. Ne, es war, glaube ich, so irgendwie, Showgirls war so ein Riesenflop, den hat er nach Basic Instinct gemacht, war in dieser Sexnummer drin. Und dann haben sie gesagt, mach du mal lieber wieder Riesenkäfer und hier Splatter mit, mit, äh, in der Zukunft. Hm. Ich glaube, so war das. Ich glaube, er hat Starship Troopers nach Showgirls als Entschuldigungsfilm gemacht. Und dann hat er sie ja erst richtig reingeritten da. Hm. Das kann man sich ja anhören, dass er meinte, das war ja irgendwie die Produktionsfirma, was war das, Paramount? Die hatten so verschiedene Wechsel von, von Chefs, und die haben sich um den Film nicht gekümmert. Und dann hat er da sein Süppchen gekocht und hat da so einen total egozentrischen Arthouse-Science-Fiction-Wahnsinn da erschaffen. Hm. Das wäre normalerweise nicht durchgewunken worden. Und das ist so eine Anekdote, die er erzählt, immer wenn er sich zu dem Film äußert. Erst Basic Instinct, dann hieß es, komm, du hast mit Sex, hast du jetzt schon eine Folge gefeuert. Das lief gut, genau. Mach nochmal. Noch einen drauf. Dann kommen Showgirls. Und dann Showgirls, oh je, ne, da waren die aber die Kritiken. Und da war ja auch noch jedes Drehbuch, wie hieß der, der Joe Esteras oder keine Ahnung. Der hat ja diese Mörder viel Kohle für dieses Drehbuch bekommen, was ja auch total Grütze war. Und dann kam Starship Troopers. Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, also mehr als Hollow Man trauen mir dir jetzt nicht. Ja, genau. Und dann hat er Kevin Bacon schniedelt und unsichtbar gezeigt und dann war es aber auch vorbei. Aber L, habt ihr L gesehen? Mega. Super. Mega. Den hast du auch gesehen, ne? Ich fand den großartig. Aber ich meine, der Film lebt halt aber auch von Frau Hyper. Ja, Hyper ist super. Ja, sie ist richtig, richtig gut, aber auch wie finster dieser Film ist. Ja, super, super. Richtig gut. Also wirklich, also er hat's nicht verlernt. Dann haut er da mit 80 diesen L raus, schon wieder ein Knallerfilm. Ich hoffe, er schafft noch einen hinten raus. Der Black Book mit Sebastian Koch war auch gut. Der war okay, ne? Ja, aber das ist dann noch so, genau wie Scorsese mit Wolf of Wall Street. Weil ja auch eigentlich, ne, man mocht es ja kaum glauben, dass er plötzlich so ein Fund an Wurfdingen gemacht hat. Ja, das hat mir auch gefallen. Also ich meine, wir haben so viel irgendwie über die Erscheinungsformen von Filmen gesprochen. Unterm Strich ist immer die Geschichte das Wichtige so. Und dann muss man, glaube ich, die heutige Zeit auch einfach in ihrer Freiheit wahrnehmen. Denn man kann eigentlich fast alle Geschichten erzählen. Und wenn die Geschichte einen gewissen Wumms hat, dann ist natürlich ein Scorsese auch, der den Elfmeter dann auch verwandelt und richtig auf die Kacke haut. Aber eine Geschichte, die so ein bisschen so vor sich hin dümpelt, kriegst du auch mit 100 Millionen nicht hochgepumpt. Jetzt kommt dieser Irishman, Scorsese kommt ja jetzt ein neuer. Ja, ja, auch auf Netflix direkt. Nur Netflix oder doch im Kino? Ich hörte jetzt die anderen doch im Kino. Vermutlich werden sie ihn ins Kino bringen. Ich glaube nicht, dass die 140 Millionen Dollar umsonst investieren, um dann nicht irgendwie vielleicht so eine Auswertung, dieses Auswertungsfenster, was sie da brauchen. 140 Millionen Dollar. Also wie, 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 wie. So teuer war der Film? Ja, das ist diese Verjüngungs, diese Verjüngungsgeschichte, weil sie halt wirklich mit Pacino und De Niro arbeiten und die halt einfach mal durchreihen. Sag mal, wie macht man das heutzutage? Hier bei Captain Marvel, habt ihr den gesehen? Ja. Also das war ja schon, es gab einen Film, der hieß Zorro Gates mit Bruce Willis. Der war jetzt nicht so besonders, aber da war ich schon total platt. Da war Bruce Willis so wie in den 80ern. Und dann dachte ich, wow, wenn das jetzt so losgeht, dann bin ich mal gespannt. Und der absolute Gipfel war jetzt Captain Marvel mit Samuel Jackson, der aussieht wie bei tödliche Weihnachten. Long Kiss, Good Night. Ja, aber das ist ja jetzt wirklich, kriegt der dann die Noppen ins Gesicht, wird komplett eingescannt und verbinden die das mit den alten Aufnahmen oder wie wird das gemacht? Du hast, im Prinzip hast du das schon auf deinem Handy. Guck dir doch mal an, was irgendwelche junge Instagram-Influencer, die machen Selfie, machen da irgendeinen Filter rüber und dann haben die keine Pickel mehr und geglättete Haut. Das ist im Prinzip. Ja gut, okay. Aber es ist das Gleiche. Jetzt dimensioniert und actet. Ja gut. Das geht schon. Ah ja, ja, okay. Du kriegst, das ist im Prinzip wie ein Filter, der da drüber gelegt wird. Okay, also es ist schon wahrscheinlich einfach ein Computerprogramm. Klar, für Jungen hören. Das ist CGI. Und gerade Marvel ist da, was das angeht, sind die ja echt gut. Die haben auch das Geld halt, ne? Ja, Michael Douglas nämlich. Das sah auch plötzlich aus wie der Basic Instinct. Oder auch Robert Downey Jr. in, wo war das, war das bei Civil War, glaube ich? Da haben sie ihn am Anfang, glaube ich, so richtig auf Jung getrimmt. Also das war auch schon echt gut. Und ja, jetzt ist Samuel L. Jackson. Ich muss sagen, ich fand den anderen, diese andere Verjüngung von Agent Coulson, die fand ich dann wiederum nicht so gut. Ich meine, der kam nicht so oft vor. Ich denke mal, da werden sie sich nicht so viel Arbeit mitgemacht haben. Aber Samuel L. Jackson, dafür, dass der so präsent die ganze Zeit im Film ist. Spielt die Hauptrolle, ne? Und so agil auch, ja. Ich meine, ich denke mal, da musst du auch jedes Frame abpassen. Das ist übrigens das neue Ding. Wir haben vorhin drüber geredet, was ist so das neue Ding, was man heute machen kann. Ich glaube zum Beispiel sowas wie Verjüngung. Das steckt jetzt noch in den Kinderschuhen. Aber wenn du die Technik mal so 10, 20, 30 Jahre weiterdenkst, ist das halt voll krass. Weil du kannst dadurch künstlich Schauspieler am Leben erhalten. Ich dachte, wenn Spielberg jetzt wirklich Indiana Jones 5 noch macht, was ja wirklich angesagt ist, okay, das ist jetzt mal interessant, ob du den Harrison Ford dann wieder so spielen lässt, wie er außer zu Zeiten von Jägers verlorenen Schatz ist. Und bei dem einen Terminator, die das auch gemacht hat, Arnie. Stimmt. Ja, und jetzt kommt ja noch ein Terminator. Was haben sie da gemacht? Ne, da lassen sie den alt. Der ist alt, aber vielleicht kommt dieser alte Terminator ja in Erscheinung, dieser Roboter von damals, wie ja auch schon im vierten Teil, ne? Ja, und auch im fünften. Es gab auch mal so eine... Im fünften haben sie die Anfangsszene von dem ersten Terminator komplett nachgestellt. Ja, genau, genau, genau. Ford Mustang-Werbung mit Sean Connery, das war auch so. Oder gab's auch mal, ne? Stimmt, mit so einem jüngeren und dann irgendwann, glaube ich, blenden sie das immer so ein bisschen über, ne? In die älteren Phasen oder so, glaube ich. Ich weiß nicht, dass das immer eine Werbung mit dem jungen Sean Connery gab. Ne, gab's nicht? Ja, wie auch immer. Doch, kann sein. Vielleicht kommt noch wieder ein Bond mit Sean Connery. Ey. Aber das ist halt Sean Connery. Das ist halt nicht undenkbar, dass du einfach... Das ist nicht undenkbar. Dass du in ein paar Jahren oder, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es fünf oder zehn Jahre sind, aber irgendwann kannst du einfach sagen, ich will einen Film drehen mit Brad Pitt in seinen 30ern. Aber die Wahrheit ist... Du kannst das machen. Aber die Wahrheit ist, du sagst in fünf Jahren, die Wahrheit ist, dass Captain Marvel dieser Film schon ist. Genau, aber ich meine jetzt in einer Perfektion, dass du es nicht mehr unterscheiternst. Ja, aber ich fand die Perfektion. Ich hab da im Kino gesessen und gedacht, das gibt's ja doch nicht. Vor allem, man muss ja nur ein paar Jahre zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ihr den fünften Teil von Pirates of the Caribbean gesehen habt. Da haben sie es ja mit Johnny Depp gemacht für eine Szene und das sah grauenvoll aus. Ja? Und das sah... Das weiß ich nicht mehr. Also er sah nicht aus wie er als jung, sondern er sah aus wie eine schlechte Variante von ihm in den 20ern. Wie auch später. Er selber. Ich fand Prinzessin Lea in Rogue One fand ich auch so... Das ist aber auch echt auskommend, wie die sich einmal umdreht. Ja, es war auch nicht... Peter Kuschel war halt eine reine Computerfigur. Ich glaub, wenn du das in zehn Jahren dir anguckst, wirst du sagen, man sieht schon echt aus dem Computer. Ja, aber hättest du das zehn Jahre vorher gesehen, hättest du gesagt, ja... Aber das fand ich nicht, wie die sich umdrehte. Ich hab da total verblüfft im Kino gesessen. Peter Kuschel fand ich, den lassen sie dann so overacten. Peter Kuschel hätte selber nie overactet. Der hat ja nur so geguckt. Und dann haben die den so wie aus Erinnerung heraus. Da war doch der, der immer so grimmig war und der macht immer so, ne? Ja, ich finde immer, man merkt's an den Bewegungen, wenn die sich bewegen sollen. Das ist leider nicht so ganz authentisch, aber naja, gut. Ähm. Aber ihr macht ja jetzt auch... Jetzt nochmal so nebenbei, ne? Ihr Schauspiele, du führst Regie, du moderierst, aber ihr macht auch richtig viel Hörspiele, wenn ich das jetzt... Oder beziehungsweise zumindest das ein oder andere Hörspiel, wenn ich das jetzt richtig gesehen hab. Ich schreib jetzt wieder das Eins, ich glaub, das ist das Sechste oder Siebte, ne, das Siebte, glaub ich, für Eins Live. Ja? Was, was werdet ihr jetzt... Ich mein, was macht ihr so am liebsten? Wo ist da eure Präferenz, also jeweils für sich? Ach, das macht alles schon Spaß und, ähm, ja gut, irgendwie muss man auch die Miete zahlen, ne? Also, aber wir haben jetzt irgendwie Glück gehabt, dass wir in einem Bereich gelandet sind, der das Hobby zum Beruf macht. Aber... Ja, ich find, Bewegtbild-Unterhaltung, egal wo sie gesendet oder gestreamt wird, find ich schon, find ich super. Und, ähm, ja, gerne mit größeren Möglichkeiten, bisschen Budget, paar schlauen Menschen, die gute Ideen haben. Früher hatten wir immer den Traum-Kinofilm, ne? Das haben wir nicht mehr so. Ja. Weil man sieht ja jetzt, wir haben viel im Fernsehen gearbeitet und wir kennen natürlich auch Leute, die in der Filmbranche gearbeitet haben und das ist schon wirklich... Also, du... Das ist ein Gang nach Canossa, ne? Ja, du bereitest vor, du steckst da Herzblut rein, jahrelang, schreibst, machst, siehst auch zu, dass du die Kohlen kriegst, dann hast du es zusammen und dann am Ende wird das Ding gedreht und dann machen alle den Daumen runter, es verendet eben Nirvana und, äh, dann läuft's nachts im Fernsehen und, äh, ich hab das schon erlebt bei guten Freunden. Und ich dachte so, scheiße, das war jetzt die Kinokarriere, ne? War in der alten Vertriebsstruktur ja... Hab ich gar keinen Bock mehr drauf, zu bequem für... Ja, und selbst wenn jetzt Netflix kommen würde und sagen würde, ey... Ja gut, man kann alles machen, das ist schon klar, aber weißt du, wenn du das selber so anschieben musst und wirklich mit deinem Autorenfilm versuchst, an den Start zu gehen... Aber ich sag mal, bei euch wäre das doch jetzt nicht... also ihr hättet doch deutlich weniger Hürden als andere, die jetzt wirklich frischen... Das glaub ich nicht. Also das, äh, ist wahrscheinlich nicht so, also... Also das Format Film find ich auch spannend, ne? Aber die Vertriebsstruktur hat sich ja geändert, man könnte auch einen Film, was du ja meintest, einen Film über Netflix oder so. Das wär spannend. Grundsätzlich, so früher war dann die, die so, so... der Vertrieb ja erstmal Kino, da steckte das ganze Geld. Ich meine, muss man sich auch nichts vormachen, ähm, Kino wird ja auch realisiert dann über die Zusage der großen Kinogesichter, ne? In dem Moment, wo, wo ein Elias M. Barek, Schweighöfer oder Schweiger, ähm, Zusagen für ein Projekt, kriegt das, kriegt das Projekt, äh, natürlich Zuschüsse finanziell, ne? Wer von uns beiden hat ein Kinogesicht, ne? Da geht's schon los. Aber im Endeffekt hast du recht. Also, ähm, vielleicht hab ich dazu sehr schwarz gemalt, weil ich in dieser Struktur noch von vor 10, 15 Jahren drin hänge, ne? Ähm, da habt ihr natürlich recht. Also, wenn man jetzt so neu denkt, was man über Streaming und Bezahldienst, da kann man natürlich neu ansetzen. Da ist aber das auch jetzt nicht mehr vielleicht ganz so extrem wie damals, wo die Leute wirklich, ja... Das sind einfach so wahnsinnig viele Filme damals direkt ins Archiv gewandert. Es gibt irgendwie nur 20 Prozent aller Filme oder 15 Prozent finden überhaupt einen Verleih und alle anderen sind dann irgendwie in irgendwelchen Kellern verschwunden. Da gibt's ein paar böse Beispiele, ne? Daran hab ich mich jetzt orientiert. Aber so gesehen hat sich da einiges verbessert, das muss man sagen, ja. Ja, ich mein, ich hab gestern mal geguckt, ne? Also, Operation Dance Sensation wird nirgendwo gestreamt. Es gibt keinen Streaming-Anbieter, der das irgendwie präsentiert. Ja, das ist richtig. Aber illegal kann man den überall runterladen. Auch das hab ich ja nicht mehr. Auch nicht mehr. Ohne Zeit lang konnte man ohne Ende, ja. Ist das dann Stolz? Nö, das ist scheiße. Ja? Ach ja, das haben auch manche gesagt. Sei doch froh, dass dein Film angeboten wird. Jo. Aber ihr habt doch die Rechte, oder? Ihr könntet das doch komplett selbst vermarkten. Und ich glaube, da gibt's immer noch Leute. Ich hab gestern gesagt, ihr, ich guck den jetzt grad zur Vorbereitung. Es gibt so ein paar Gespräche, so ein paar Gespräche gibt's grad so. Ähm, mal gucken. Ja. Aber da geht's um DVD schon wieder. Nur um DVDs? Ja, oder was auch immer die machen. Ein paar Leute treten auf mich zu und sagen, ja, wie wär denn das mal, wenn wir den und dann den und das noch mit so und als Edition mit dem und dem. Ja, sowas. Du hast hier nochmal schön den 4K auf und dann... Ja, es ist ein DV-Film, DV, auf DV gedreht. Ja. Warum nicht? Ja, also ich finde, den könnten wir wirklich langsam mal, ne, an Streaming-Dienst weg. Aber tatsächlich ist das nicht so eine doofe Idee, weil, ähm, das ist ja schon irgendwie, könnte schon eine Marktlücke sein. So deutsche Trash-Filmer auf Netflix gibt's jetzt nicht so die große Auswahl. Und ich glaub, wenn so einer... Man darf ja auch nicht unterschätzen, dass die Leute sich auch treffen und irgendwie so auf Netflix was glotzen und so, und dann lass uns denen reinpfeifen. Das ist ja ein bisschen die Videothek von früher. Ja, ist so. Also insofern, da gibt's so viel anderen Kram, warum... Im Worst Case guckt's keiner, aber dann seine... Also nicht jetzt Stand, aber... Das ist ja das... Ich finde, das ist, was ich meine, aber im Best Case, äh, entwickelt sich daraus irgendwie so ein, nochmal so ein neues Kult-Move. Und ich glaub, das kann durch Netflix oder Streaming, whatever, welche Plattform auch immer, kann da nochmal was entfacht werden. Ne, da sind wir grundsätzlich für alles offen. Das ist, das ist klar. Auch ein Film nochmal für Streaming zu drehen oder was auch immer, klar. Das wär schon geil. Doch, doch, das wär schon geil. Das wär schon geil, ja. Vor allem, Cosmodic lief ja auch damals auf Viva 2, ne? Ja, Viva 2. Also ich mein, es ist ja nicht so wirklich... Aber gestückelt, mein ich, oder? Gestückelt und auch ganz. Gestückelt, ja. Ach so, am 25. Dezember 2001, glaub ich. 20.15 Uhr. 20.15 Uhr. Ja, 20... Die war 20.15 Uhr. Das ist eine riesige Riesenquote, glaube ich. Liefer auch mal 20.15 Uhr, ja. Am 25.12. Na ja, gut. Zum Weihnachten, zum Weihnachten. Ja, ja, da gucken nicht alle. Ich weiß noch, dass auf RTL lief der Pferdeflüsterer. Cosmodic lief gegen den Pferdeflüsterer. Und habt ihr die Quoten von dem Abend noch irgendwie, ne? Redford oder Gose, Johann, ne? Redford oder Gose, Johann, ne? Der Pferdeflüsterer hatte 99 Prozent. Und Cosmodic hat sich dann den Rest mit allen anderen Sendern geteilt. Das war glücklicherweise noch vor der Quotenmessung bei Viva. Denn mit der Quotenmessung bei Viva kam das böse Erwachen. Huch! Das gucken gar nicht so viele. 0,1 Prozent? Aber ich hab doch Tarantino interviewt. Hattest du? Ich hab mal Tarantino. Ja, ja, doch klar. Der hat ja Marcello-Leut. Kill Bill. Jeden irgendwie. Der hatte wirklich, du hattest wirklich ganz, ganz viele Leute. Spielberg, Tom, ganz Huss, Schwarzen, Elga, Werden. Ich alle war. Aber wie habt ihr eigentlich Bela B., Anke Engelke und Jasmin Wagner für euren Fünftige? Das waren Connection-Sachen. Den Bela B. kannte ich schon. Über so ne Punkband, ZZZ Hacker aus Bielefeld. Hätte jetzt gedacht, du sagst die Ärzte. Nein, die waren befreundet. Und er war auf dem Bielefeld und hat da gespielt im kleinen Kreis und so. Und dann hat man sich da so über die Connection kennengelernt. Und ich hab ihn irgendwann gefragt, ob er Lust hätte. Und er hatte das. Und ich hatte damals Anke Engelke kennengelernt. Und die hat mir auch den Förderpreis für Fernsehen oder so. Film, Fernseh, Förderpreis, Fernsehpreis, egal. Den hat sie mir überreicht. Und dann habt ihr gesagt, ey, wir machen hier einen Film. Nee, das war anders. Die Rolle sollte Charlotte Rose spielen. Und Charlotte Rose ist schwanger geworden und konnte es dann nicht mehr machen. Und dann hast du irgendwann, genau, du kanntest ja Anke Engelke. Jo. Die ja damals mit einem gemeinsamen Bekannten, wie ihr zwar, genau, über Nils kennengelernt. Und dann aber auch den, genau. Genau, und dann gefragt und hat die dann echt ja gesagt. Ach so, Nils. Und Charlotte meinte noch, oh, ich werd ersetzt durch Anke Engelke, da kann ich mit leben. Nils ruft dann in dem Moment? Ja, genau. Ja. Ja, die waren ja zusammen und das war ja alles. Bisschen wild und Schlagzeilen und so. Damals spielte sich das alles noch in Köln ab, sowas. Ich weiß gar nicht, ob. Die wilde Viva-Zeit. Wie kam das eigentlich? Du bist, ihr seid durch diesen, sag ich mal, durch diverse Filmfestivals ja aufgefallen. Dann hat man euch angesprochen, dann für Viva. Wie bist du denn dann da als Prügelknabe bei Ruf gelandet? Na, wie war's nochmal? Bisschen Rasek, ne? In der Redaktion hatten die ein paar Neverhorst-Filme rumliegen. Und Nils Ruf hat bei Kamikaze brenn.neverhorst gezeigt. Nils Ruf hat Neverhorst-Filme gezeigt in der Sendung. Von sich aus. Er meinte, voll geil, das waren nochmal geile Filme. Rumballern, koksen, genau, mein Geschmack. Und dann hab ich mich da als Praktikant beworben. Es lief ursprünglich tatsächlich über Filmfestival-Bekanntschaften. In dem Fall Weiterstadt. Also du hast gesagt, guck, guck, hier bin ich, ich bin der Typ übrigens von dem Video, was du gezeigt hast. Genau. Irgendwann bin ich eingeladen von Markus Wolter, der mittlerweile einer der ganz großen Player ist in Köln. Endemol-Chef und alles. Und da war damals noch, da war Viva Family, da war er, glaub ich, Redaktionsleiter. Und hatte dann immer so ein Autoren-Meeting. Und zu dem Autoren-Meeting wurde ich eingeladen. Weil ich mich, aber warum wurde ich nochmal eingeladen eigentlich? Ich hatte, oh, das weiß ich auch nicht mehr. Ich wurde eingeladen, ich wurde da eingeladen. Hatte da ein Gespräch. Und, ähm, wie bin ich denn da gelandet eigentlich? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie gelandet. Und da hatte ich dann irgendeine Nummer. Markus Wolter meinte, ja, ruf da mal an. Irgendwie Praktikum und so, das klappt schon. Und dann hab ich da angerufen und angerufen und angerufen. Und nie ging einer dran, bis irgendwann Oliver Polack dranging. Ach, guck. Der kommt mir und so, ach, ich kenn dich. Ja, ich frag mal, ich frag mal bei Sibyl, da, das ist ja in der Redaktion bei Nils Ruf, Kamikaze. Und, äh, so bin ich dann, äh, so hatte ich dann irgendwie eine Praktikumsstelle. Aber wie bin ich nochmal zu diesem Termin hin? Aber was hat denn Oliver Polack da gemacht? Der war auch bei Viva. Echt? Das wusste ich gar nicht. Der war auch bei Viva Family. Mhm. Genau, das war damals wirklich so ein Sammelsurium. Da waren so viele damals, ähm, auch die ganze, die ganze Autorenriege, mit der ich da gesessen hab, die sind auch alle noch, ich würd jetzt mal sagen, dick im Geschäft. Also, äh, war schon ein unglaublicher Teil. Aber dann habt ihr ja ein sehr gutes Netzwerk eigentlich, ne? Ja, ja, sicher, klar. Aber es ist ja auch so, ein Netzwerk ist ja nicht nur Connections, das ist auch einfach, dass Leute wissen, mit wem sie zusammenarbeiten, gerne zusammenarbeiten und auch wissen, dass man eine Verlässlichkeit mitbringt und so, ne? Damit hat das natürlich auch zu tun, dass man ein Netzwerk hat und von diesem Netzwerk lebt. Aber was ich sehr interessant finde, wenn ich das so höre, ähm, dann war ja Viva, wenn man überlegt, wer da noch alles rauskam, irgendwie mit Stefan Raab und, keine Ahnung, da waren ja noch, genau, waren ja noch viel, viel mehr Leute, die jetzt immer noch aktiv sind. Und heute gibt es das ja gar nicht mehr so richtig. Ich frag mich gerade so ein bisschen jetzt, wo alle irgendwie, also, früher war Viva so ein bisschen auch Talentschmiede. Und sowas gibt es, glaub ich, heutzutage gar nicht mehr. Was machen wir denn hier? Ja, also wirklich, was machen wir denn hier? Ja, die Zeiten, das Ding ist einfach, dass die Zeiten sich geändert haben. Früher bist du ins Fernsehen gegangen, es war die einzige Plattform, wo du öffentlich stattgefunden hast. Ja, eben, ich wollte das auch, genau. Heutzutage gibt es halt einfach YouTube-Stars. Wir kriegen das ja hier mit am Sender, wenn du irgendwie ein Casting machst oder so ein Bildst. Und dann sagst du, also gut, wir sind auch nur ein Internetsender, aber selbst wenn die jetzt, wenn Viva oder MTV jetzt jemand castet, und dann würden die sagen, ja, was könnt ihr mir denn bieten? Ich hab hier 350.000 Abos, ich hab meinen eigenen Insta-Channel, ich bin Influencer und so weiter, verdient so und so viel Kohle. Die sehen gar keinen Grund mehr, ins Fernsehen zu gehen. Das heißt, das Business hat sich in dem Sinne verändert, weil jeder kann theoretisch mit seinem Handy und einem YouTube-Kanal selber sich rausbringen. Du brauchst Fernsehen in dem Sinne, das war ja, zu der Zeit gab's ja nicht, wenn du gesehen werden wolltest oder das, was du machst, dann musstest du bei einem der Fernsehsender arbeiten. Ja, genau so ist es. Und deswegen, manche fragen mich, wie hast du das damals gemacht? Gib mir mal Tipps. Ich kann überhaupt keine Tipps mehr geben, ich weiß überhaupt nicht, wie man's jetzt machen würde. Nee, wüsste ich auch nicht. Bin ich auch jetzt nicht so, kann ich auch gar nicht so gut drin sein, weil ich jetzt keine 20 bin mehr, der so einen ganz eigenen Style halt, Medien zu konsumieren, hab ich ja nicht. Ich stehe ja ganz woanders im Leben. Damals war das aber so, und da wusste man, wie wahr ist das Ding, ne? Aber was jetzt das Ding ist, kann eigentlich nur derjenige dann selber beantworten, wer auf der Suche ist. Habt ihr diesen Clip gesehen an den Club? Habt ihr das gesehen? Mit dem Influencer, der in Düsseldorf nicht umsonst und mit umsonst Flasche und umsonst an den Tisch rangekommen ist? Ach, die Geschichte, die hab ich mitgekriegt. Das ist ein 13-minütiges Video. Con-Craft, genau. Das ist ein 13-minütiges Video, was man gesehen haben muss. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das mein ich ernst. Weil das ist auf einer Ebene mit 120 Tage von Sodom und Irreversible. Aber das zieht dich einfach nur runter. Ja, ja, ja. Das zieht dich einfach nur runter. Nein, du hast also körperliche Schmerzen, wenn du das siehst. Okay, klär mich auf. Naja, das ist ein YouTuber, der hat, glaub ich, über 3 Millionen. Hat er, hat er. Also ist ein richtiger, krasser YouTube-Star. Nein, krass. Übrigens angeblich aus Bielefeld, hab ich gehört. Reda Wienbrück. Nicht, dein Ernst. Der war auf dem Gymnasium in Reda Wienbrück. Und der ist, ähm, nicht in einen Club reingekommen. Hat aber gesagt, ey, ich bin aber hier eine krasse Nummer. Und ich bin ein YouTube-Star. Und da hat der Türsteher gesagt, scheißegal, kommst du halt nicht in einen Club rein. Doch, du kommst schon rein, musst nur Eintrück zahlen. Ja, genau, er wollte umsonst rein. Nee, nee, es war sogar so, du kommst umsonst rein, aber du kriegst keinen Tisch. Er wollte halt irgendwie VIP-Bereich und blablabla. Und dafür mach ich eine Insta-Story. Ja. Und dann haben die halt gesagt, ne, ich glaub, der Club läuft auch ohne dich ganz gut. Ganz höflich hat der Club Menschen. Also ganz höflich zurückgewiesen. Ich muss sagen, ich hab das Video selber nicht gesehen, ich hab nur davon gelesen. Und dann ist das halt, hat er ein Video auf seinem Channel gemacht, wo er sich darauf empört hat, wie unprofessionell dieser Laden ist. Weil er kommt ja in jeden Laden normalerweise. Das ist schon ein Lehrstück über moderne Medien, über Kooperationen, über Kommerz oder Nicht-Kommerz und über Selbstwahrnehmung. Das ist einfach ein Lehrstück über Arschlöcher einfach. Ich wollte es nur netter ausdrücken. Nee, aber das kann man schon ruhig sagen, der Typ ist einfach ein Wichser. Und das kann man ruhig auch mal so sagen, finde ich, warum denn nicht? Der Shitstorm geht jetzt von diesem Clip an dich? Ja, das wäre nicht der Erste. Wir sagen, guckt euch das an, bildet euch das eigene Urteil. Bildet euch selber ein Urteil, aber wer da zu einem anderen Urteil kommt, der kann mich auch im Arsch. Ja, mit dem muss man zumindest keine Nummern tauschen. Ja, ja, also es ist schon, also mich hat es schon wirklich verblüfft. Und ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, wirklich, drei, vier Mal, gestern Abend noch auf dem Geburtstag. Und ich sage immer, habt ihr das gesehen? Und alle so, gestern Abend waren auch Freund, Freund ist 50 geworden hier, der Oliver Pieper, der da auch mitspielt. Und da war so die richtige Crew da und da habe ich gesagt, habt ihr denn schon was gesehen, was richtig hart ist? Ja, so, ja, wirklich auf Level, 120 Tage, ne? Nee, warte, jetzt hör auf und mach das Ding nicht so groß. Und dann haben wir das geguckt, so über den Fernseher, den Clip. Da hat es den Leuten aber wirklich die Schuhe ausgezogen. Das ist ein, äh, ein Spitzending. Ja, grafisch kannst du wahrscheinlich heute nicht, äh... Aber welches Video genau ist es? Das ist sein Video, wo er darüber redet oder welches? Das heißt, an den Club. Und ursprünglich hieß es an den arroganten Club, aber das Arrogant wurde dann gestrichen. An den Club. Jetzt heißt es nur noch an den Club. Das ist schon eine Ansage. Ja. An den Club. Ja. Also ich finde das... Was hat der Gegenüber? Ich finde es, äh, wirklich... Geil, das muss ich mir direkt danach angucken. Ja, das muss man gesehen haben. Ich habe nur den Screenshot von der WhatsApp-Kommunikation, ähm, mir angeschaut, wo der Club-Betreiber wirklich sehr freundlich zurückweisend, äh, aber eben bestimmt ihn abgelehnt hat. Ja, vor allem erreicht er, das ist ja das Dumme daran ist, dass er durch diese Sache dem Club zu einer Promo verschafft, die er ihm ja eigentlich verweigern will, weil sie ihn nicht reingelassen haben. Also das zeigt er schon, wie dumm er zieht. Er sagt ja den Namen extra nicht, weil er will dem Club keinen... Er sagt den Namen extra nicht von dem Club. Okay, dann... Es ist so wirklich, aber es ist interessant, äh, wie jetzt, ja, wie sich sowas entwickelt. Natürlich mit Social Media, äh, wie es da dann halt so zu solchen Situationen überhaupt kommt, die es früher ja gar nicht gegeben hätte. Und dann, dass dann wirklich Leute da so viel... Das Ding ist immer nur, du verdienst eine Menge Geld eine Zeit lang, aber was ist, wenn die Klicks nachlassen? Bei uns waren es immer die Quoten. Oh Gott, die Quote, ne? Was ist, wenn die Klicks nachlassen? Wo bleibst du da mit deinem Ego? Jedenfalls ist die Club... Wenn die Kids das nicht mehr gucken. Jedenfalls ist die Club-Szene in Düsseldorf... Das ist die Art. Eine Artes Erwachen. Die Club-Szene in Düsseldorf ist ab jetzt wieder cool. Ja. Wow. Als jemand, der mal eine Zeit lang in Düsseldorf gelebt hat und auch da in Clubs war, kann ich nicht sagen, die waren noch nie cool. Auch nicht das Unique? Oh Gott. Ist nicht? Das war ich mal. Ich dachte, da geht man eh... Das Unique war so ein richtig winziger Laden. Ja? Also wenn ich mich recht erinnere, ist das so ein ganz kleiner Hip-Hop-Kaschemo. Also es war aber vor 15 Jahren oder so. Keine Ahnung. Aber ja. Aber ich glaube, da geht es ja eher wahrscheinlich um sowas wie Nachtresidenz oder sowas. Nachtresidenz. Kennst du auch noch. Ja, ja, ja. Wie hieß der Laden am Bahnhof? Poison? In welchem Laden? In welcher Stadt? Düsseldorf oder was? Poison? Poison weiß ich gar nicht. Aber ich kenne mich in Düsseldorf da klubmäßig echt nicht aus. Ich bin da nicht oft abgestürzt. Aber ein paar Mal da gewesen war ich. Poison hört sich so an, als ob man da abstürzt. Ja, das stimmt. Oder halt aufsteigt. In der Philips-Halle Metal-Konzerte geguckt hab ich. Ja stimmt, wir sehen uns ja heute Abend noch bei Herrn Fritzi. Wir sehen uns heute Abend noch bei Herrn Fritzi. Ja, richtig geil. Ja, ganz genau. Hab ich richtig Bock drauf. Äh, ich hab jetzt gestern noch im Zuge, dass ich eure DVD gepostet hab, hab ich nur eine Sache erfahren. Ist das wahr, dass Bela B., Quentin Tarantino, Operation Dance Sensation in die Hand... Das ist wahr, da gibt's ja auch ein Foto von. Ja, okay. Das hat er gemacht, ja. Der hat ihn interviewt für, ich weiß nicht, für der FAZ oder irgendwie sowas. Ich will nichts Falsches sagen. Er hat ein Interview mit ihm gemacht und hat ihm dabei, hat mich auch gefragt, soll ich dem den Film schenken? Ich sag, ja, oh bitte, das wär ja unfassbar geil. Ja, die Plüschedition. Ich so, ja genau die. Hat er ihm gegeben. Hat Tarantino sich angeguckt, fand er auch abgefahren. Muss man hier mal zeigen. Man könnte jetzt sagen, ähm, Quentin Tarantino ist im Besitz dieser Plüschedition. Ich muss das mal... Und das können nicht viele von sich behaupten. Das hier. Ja, 3000 Stück gibt's davon. Das ist Plüsch, Leute. Quentin hat die auch. Und vielen Dank nochmal an den Herren, ich hab seinen Namen leider vergessen, der gestern auch nochmal geschrieben hat, ach cool, das ist ja schon Ewigkeiten her, dass ich euch geschickt habe und geschenkt habe. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, denn dadurch konnte ich mir den Film nochmal angucken. Ich hab ihn, wie gesagt, normalerweise nicht auf YouTube gefunden. Oder bei irgendeinem Streaming-Anbieter oder sonst irgendwie. Du hättest es da gerne gucken können, aber es ist ja interessant zu hören. Dann muss man ja mal, vielleicht hat man da immer... Ihr könnt doch schlafen, bietet doch Amazon so ein Never-Horse-Channel an, wo ihr dann alles draufballertet. Den Film hat damals Stefan Raab supergeil gefeatured. Da war ich richtig Gast bei TV Total. Wenn ihr denn den Amazon Top Ten von den DVDs vor Warby... Interessiert sich wirklich überhaupt null für Fiction, wie er immer sagt, wie er immer damals sagte. Und aber irgendwie hatte ihm die Redaktion auch so ein paar Infos gesteckt und da sagte er dann, und das ist jetzt ein Trash-Film, sagte er, ganz fachkundig. Und am nächsten Tag, badadadadam, erste Auflage verkauft. Und Pech gehabt, die Leute vom Verleih waren Verbrecher und wieder kein Geld verdient. Aber nochmal danke, Stefan Raab. Furchtbar. Ja, wir brechen jetzt die zweite... Welche Auflage ist das? Ja genau, wir pushen den jetzt nochmal neu hoch. Du gehst jetzt später so auf Amazon so von Verkaufs... Nein, aber das wurde damals schon schön gemacht von denen und so irgendwie. Das Problem war auch dann, die Zweitauflage war dann, ach, das ist auch alles Geschäftsgebimsel. Vergessen war. Was kommt denn jetzt so als nächstes? Wo sind eure Kräfte gebündelt? Beziehungsweise was ist so das, womit ihr euch jetzt gerade oder halt dann einfach in Zukunft vielleicht auch schon beschäftigt? Du meinst also neben dem Job einfach mal künstlerisch wieder was anfassen? Sowohl als auch. Also wie gesagt, alles was... Ja, für mich geht's nach wie vor mal weiter mit Heute Show und Kölner Comedy und aber natürlich jetzt auch, ich muss dieses Hörspiel schreiben für 1Live, weil das dieses Jahr noch aufgenommen werden soll. Bei Heute Show bist du dann quasi für die Regie da zuständig? Ja, also ich bin Realisator nennt man das, ich bin Regisseur und dreh einspielfilm, ich dreh szenische Sachen, ich dreh auch vor Ort mit Lutz, Hazel, Fabian auch mal diese Interviewgeschichten dann. Ist auch mit Alex Wibbrecht die Sachen? Da hab ich auch zweimal mitgedreht, ganz genau. Das heißt, du gehst auch auf die Parteitage? Ja, ja, natürlich. Ey, nicht der einzige, wir sind drei Realisatoren, weil vieles davon findet gleichzeitig statt und dann kannst du natürlich nicht alleine alles immer abdecken und deswegen... Was war die unangenehmste Situation, die du bis jetzt bei irgendeiner Partei erlebt hast? Unangenehme Situation? Ich kann mir nicht vorstellen, das ist immer ziemlich geil finden, wenn da irgendwie solche Fragen... Nee, aber die sind dann im Großen und Ganzen schon professionell und das ist eher, also unangenehm ist eher so, wenn sie zu professionell sind und sind alle dann und sich gar nicht so irritieren lassen und das alles so wegbügeln. Und dann kriegt man irgendwie keine Reaktion, das ist dann hartes Brot. Oder die kennen uns mittlerweile, die wissen auch, was auf sie zukommt und dann ist es manchmal wirklich schwierig. Dann versucht man die schon zu irritieren mit einer komischen Frage und so, aber die sind dann so perfekt und das war wohl mal anders auch. Aber jetzt wissen die schon, die wissen schon, da kommt er mit den Haaren, der Lutz und dann stellen sie sich mal drauf ein. Aber ja, das ist mal so, mal so. War das bei Comedy Street dann irgendwann auch so? Dass ihr dann irgendwann Leute schon direkt von auf Arminipi gesagt habt, ah nee, komm mal hier, da kommt der Großjohann oder keine Ahnung. Mit dem Riesenschlong. Der Riesenschlong war ganz extrem, der war schon direkt... Kannst du heute nicht mehr machen. Der war schon 2004, ging das schon nicht mehr in Dortmund, ging das da schon nicht mehr. Ne, so war's doch. Da haben sich Menschen Trauben gebildet, also dieser Riesenpimmelgag, der hat sowas von gezündet. Es war, weiß ich noch, der ist zum ersten Mal 2003 gelaufen, da hatten wir den gedreht in Recklinghausen und dann wurde es auch noch im selben Jahr ausgestrahlt. Und dann ging ich in Dortmund zur Redaktion und dann die Bauarbeiter haben schon so rübergerufen. Und ja, das hat schon gekracht, ja. Interessant war bei der erste Drehtag mit dem Riesenpimmel war ein Riesenflop, weil wir festgestellt haben, dass die Leute verschämt weggucken und nicht drauf reagieren. Er rennt dann mit dem Ding rum und alle so... Und das war kaum irgendwie zu merken, so. Die haben das so weggingnoriert, weil die das peinlich fanden. Aber war's nicht immer so, dass du zu den Leuten Dinge musst, die einfach auch direkt zugetextet sind? Ja, du hast doch irgendwie so hingeschickt. Ja, du hast ja so, ja und dann bin ich ja irgendwie so... Und hast irgendwie so eine Scheiße erzählt und das war gar nicht so... Ja, genau. Das war gar nicht... Also der Riesenpimmelmann... Das haben wir dann gemacht, damit Reaktionen kamen. Er hat nicht so einen richtigen Charakter, hat er eigentlich nicht. Also er ist irgendwie nicht so richtig... Also wie soll man sagen, er ist kein Macho. Auf jeden Fall. Aber er redet... Also ein guter Clip war auf jeden Fall auf Norderney. Der hatte dann auch auf YouTube viele Clips... Äh, viele Klicks, aber das hat ProSieben relativ früh rausgekillt. Ähm, auf Norderney dann so... Ja, Mädels, ja, wie sieht's aus? Irgendwie eine Disco oder so. Disco gehen irgendwie. Und dann bin ich abgehauen und hab gesagt, oh, ich muss abhauen, ist eine steife Brise hier. Also da war's dann doch so ein bisschen die Anspielung. Aber im Großen und Ganzen war der wenig... Ja, Sauna fand doch auch gut. Wollt doch mal mit... Wollen wir mal in eine Sauna zusammen gehen oder so? Ähm, Sachen, die man heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde zum Teil. Kann er auch wieder sein. Oder halt nicht ungeschoren machen kann. Ja, 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 ja. Gibt's irgendwas, wo man dich jetzt noch sieht in nächster Zeit? Hast du irgendwas, wo du Werbung machen willst? Ja, ich hab eigentlich viel Fernsehkrams jetzt wieder gemacht. Äh, ganz, ganz gut. Und, ähm, jetzt in nächster Zeit... Ja, ich bin auf jeden Fall im nächsten Mal... Mach ich mit bei... Und, ähm... Darfst du das sagen? Das letzte Mal, als die letzte Mal war und es gesagt hat, da gab's Ärger. Scheiße, das darf ich nicht sagen. Stimmt, das ist noch keine Pressemitteilung, ne? Also, du könntest rausnehmen? Moment, Moment, Moment. Das kommt halt erst im Mai. Vielleicht ist bis dahin eine Pressemitteilung draußen. Oh, ich glaub wahrscheinlich... Das kommt hinterher erst im Herbst oder so. Ah, müssen wir einmal anschauen, ne? Deine Frage nochmal ansetzen. Ja, genau, ja. Dann könnt ihr ja einschnitten machen. Okay, ich fang nochmal an. Simon, was steht bei dir als nächstes so an? Was machst du als nächstes? Wo kann man nicht sehen? Ja, ich hab viel so Fernsehkrams jetzt gemacht. Unterschiedlicher Couleur. Ähm, als nächstes, äh, da kommt was. Das darf ich nicht sagen. Äh, schön war auch, äh, beziehungsweise total, totales Desaster. Das war ja eigentlich 25 Jahre Mattscheibe bei Oliver Kalkofe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und vereinzelt andere Sachen. Und, äh, ja, ich bin guter Dinge, dass da auch mal wieder im Fernsehen so was kommt, wo man, naja, so ein bisschen mehr Kontinuität reinkriegt und so. Äh, wie gesagt, die Sachen haben jetzt alle viel Spaß gemacht, aber sie sind dann doch immer so sehr partiell oder schnell hat man die Chance und dann ist es schon wieder weg und hä hä hä. Und, ähm, bin guter Dinge, dass ich mal wieder so ein bisschen was langfristigeres, stärkeres, äh, äh, hab, wo ich dran teilnehme, ne, so wie Comedy Street oder so. Bisschen mehr Kontinuität. Bisschen mehr, dass mal so eine Marke wieder entsteht, ne. Aber auch nicht so leicht in so einer großen, vollen, äh, Fernsehwelt mit Streaming-Konkurrent und hast du nicht gesehen. Und hast du mal wieder Lust auch so zurückzugehen, um in den Bereich Film, also über die, wie halt wie Celluloid oder Film Up, über Film zu reden? Ja, doch, doch. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ähm, ja, so irgendwie die Medienwelt, die ist ja wirklich wie so eine weiche Masse und, und verändert sich entsprechend. Ich meine, ähm, wo, wo würde man das machen? Ich hab auch, also, also, ich will nicht irgendwie, ich will nicht... Das macht ihr eigentlich jetzt, ne? Eigentlich macht ihr das jetzt. Das ist, das ist, das war ja schon bei Celluloid eine Nische, wenn man ehrlich ist, ne? Ja, und es war vorher auch immer eine Nische, dadurch, dass die kaum jemand geguckt hat da, diese Sendung. Und das macht ihr, Sträter, Bender, Strebeck und so, das ist, glaub ich, ich glaube, diese Filmbegeisterung ist tatsächlich eher dann ins Internet gewandert. Ich, ich hab immer schon das Gefühl, dass überhaupt Filmbegeisterung immer mehr zur Avantgarde mutiert. Früher warst du breiter Mainstream, hast du den gesehen, hast du den, hast du den gesehen? Und heute ist es so, aber es ist eine subjektive Wahrnehmung. Es ist einfach wirklich auch viel auf YouTube mittlerweile, wenn man sich so Recap-Shows anguckt. Die gucken halt dann Influencer, weißt du? Oder die gucken irgendwelche... Es gibt einfach sehr viel Kino-Formate, auch so Dabber-Formate auf YouTube, auch ähnlich wie diese hier. Die Namen sind mir jetzt empfallen. Ja. Natürlich nicht, die kennen wir nicht. Oder manche Kanäle, die dann einfach die Trailer auch posten und wahnsinnig viele Klicks. Da gibt's ja so Sachen, wo Leute einen Trailer anmoderieren und dann läuft der Trailer. Ja, das integrieren wir hier. Ja, aber das finde ich ja legitim. Nein, nein, das, was wir aber meinen, ist, dass du einfach den Trailer komplett in voller Länge als deinen eigenen hochstellst. Ja, sowas. Und jetzt seht ihr dir noch einen Trailer von Blöds. Aber das dürfen die eigentlich, eigentlich müssen die geclaimt werden von dir. Nee, die können das embedden und dann geht das Geld sowieso an die rein. Na gut, was weiß ich. Also ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ihr seid hier jedenfalls immer eingeladen. Sehr gerne. Wir kommen auch gerne wieder. Schön, wenn wir hier vorbeikommen und schnacken über Film und Fernsehen. Also wenn ihr Bock habt, wirklich, ne? Auf jeden Fall. Einfach mal über die aktuellen Sachen oder halt wieder was Spezielles. Immer, jederzeit gerne. Ja, ich will auch immer ein Drehbuch auch schreiben noch. Ich hab auch schon ein bisschen angefangen. Ich glaube, ich schreib noch mal ein Drehbuch. Ein richtiges Buch hast du ja schon geschrieben. Richtig. Aber, hey, bleibt mir nicht viel zu sagen. Als Simon, Thilo, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein großer Spaß. Es sei denn, ihr habt noch eine Frage die euch auf dem Herzen brennt. Gerne. Jetzt so nach drei Stunden. Welcher Godzilla-Film war der beste? Boah, ich bin überhaupt kein Godzilla-Fan. Frankensteins Monster. Ja, Godzilla-Soni. Ja, okay. Ich finde, ja, ich finde Frankensteins Monster, äh, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Gegen das Furzen des Mockmonsters. Ja, ich bin bei Biolanta eigentlich ziemlich großer Fan. Aber das ist ja eher 90er. Ja, ja, ich weiß, aber ich mag den. Ich finde diese Bedrohung... Ja, Biolanta sieht geil aus. Das stimmt. Sieht echt gut aus. Und es war mal was Neues. Ja. Vor allem, dass die halt auch so fest stand da. Das war schon ganz geil. Ich hoffe jetzt den neuesten Film, dass der geil wird, weil es Kyle Island fand ich geil. Boah. Boah. Ja, ich fand's gut. Und jetzt? Ja, ist ja gut. Jetzt machen wir mal Feierabend, weil dann kann ich dir was sagen. Okay, das bleibt also geheim. Alles klar. Hey, ihr Lieben, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Und ansonsten schaut RBTV, geht ins Kino, schaut Serien. Und wir sehen uns hoffentlich so bald als möglich hier auf dem Kanal Kino Plus oder eben bei RBTV. Tschüss. 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 Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.